Liebe Menschen, jetzt kommt mal eine wirklich tolle Nachricht. Wir treten live auf, noch in diesem Jahr. Yes, Reisen, Reisen, der Podcast live und in Person auf der Bühne. Am 19. September live in Hamburg bei der Veranstaltungsreihe Draußen im Grünen im Musikpavillon Planten und Blomen. Sehr schöner Ort, kennt man in Hamburg. Präsentiert wird das Ganze von Geosaison und Fairweg. Was haben wir euch vermisst, Leute. Seit unserer Ausverkaufentour in 2019 und 2020 sitzen wir quasi im Startblock und können jetzt endlich wieder unsere Reiseliebe auf die Bühne bringen. Mit euch das alles teilen. Reiseinspirationen, Reiseträume, Fragen und Tipps, das Beste aus unseren Geosaisonkolumnen, Reisephilosophisches und vielleicht wird es ja auch, Jochen, nur ein bisschen lustig. Na gut, ich denke eher nicht. Und vielleicht gibt es ja auch diesen einen kleinen, wie wir beide es nennen, liebevollen Tritt in den Hintern, den es manchmal braucht, um sich das eigene Bild dieser wundervollen Welt zu machen. Guck mal, und da bin ich mir wiederum ziemlich sicher, dass das passieren wird. Was sollen wir sagen? Über 50 Jahre Reiseerfahrung vereinen sich auf einer Bühne. Mein Gott, Alter, wir werden alt. Wir sehen auch alt aus. Erlebnisse aus weit über 100 Ländern. Also von Heidelberg bis Galapagos, Japan bis Südtirol, Schottland und Kalifornien zum Beispiel. Also alles ist möglich. Alles, was den Reisehunger stillt und entfacht, wird gefeiert, besprochen, bereist, Kopfkino pur. Einfach aus Liebe zum Unterwegssein. Und immer unter unser Motto, pass auf, Jochen, Urlaub machen kann jeder. Reisen muss man reisen. Also ich glaube, ihr merkt, wir haben großen Bock, wir haben echt Lust. Auf jeden Fall am 19.09. in Hamburg. Karten gibt es überall, wo man Karten halt so bekommt. Und über go.de. Wir sehen uns. Endlich. Diese Folge von Reisen Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von IDM Südtirol, der Tourismusorganisation von Südtirol. Vielen Dank. Reisen Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Liebe Reisen-Reisen-Gemeinde, hier sind Jochen Schliemann, das ist der junge Mann. Hallo, guten Tag. Und ich, Michael Dietz. Und wir sind an einem ganz besonderen Ort. Wir sind zusammen an einem ganz besonderen Ort. Wir sind zurück aus den Bergen und sind in Südtirol, in Bozen. Wir sitzen in einem kleinen Hotelzimmer, wo der Sound hoffentlich noch erträglich ist. Es ist so, also Jochen sitzt quasi unter so einem Flachdach, hat so zehn Zentimeter und dann kommt schon das Dach. Ich sitze ein bisschen entspannter auf einem kleinen Sofa und wir begrüßen euch in diesem Setting, in diesem Europameister-Setting. Zu dieser Folge Wandern in Südtirol, denn wir haben es wieder gemacht. Wir sind zum dritten Mal in Südtirol, weil, das muss man ganz ehrlich sagen, wir in den letzten Jahren auch so ein bisschen Teile unserer Herzen an Südtirol verloren haben. Ist es ein bisschen zu pathetisch oder gibst du mir recht, Jochen? Es ist überhaupt nicht pathetisch. Ich finde, es ist tatsächlich genauso. Es ist einfach eine wunderschöne Region dieser Erde. Und ich habe mein Herz kulinarisch ja eh schon an dieser Ecke verloren. Aber das Spannende dieses Mal ist ja auch, dass es eine ganz andere Art ist, zu reisen. Es ist nämlich eine Art und Weise zu reisen, die ihr da draußen auch, viele von euch, das nehmen wir auch bei Social Media auf unseren Kanälen und so wahr, auch bei eurem Feedback an uns, die ihr einfach wahnsinnig liebt. Und viele von euch lieben das, das Wandern. Hiken, manchmal auch Tracking. Also alles, was mit Outdoors zu tun hat. Und wir hatten die Möglichkeit jetzt, uns ein paar Tage Zeit zu nehmen, mich eigentlich. Und wir sind zusammen nach Südtirol gereist und haben zwei Wanderwege bewandert, die tatsächlich zu unseren Traumwanderwegen gehörten. Bei mir war das, bei dir war das auch du nix gerade. Und wir haben das jetzt drei Tage gemacht. Ich bin gerade wiedergekehrt, glaube ich, vor zwei Stunden oder so, ich jetzt gerade so wiedergekommen. Also klar, ich habe mich kurz in die Dusche gestellt, das war besser für alle Beteiligten. Und jetzt, ja, jetzt sind wir hier und haben uns entschlossen, spontan diese Folge jetzt sofort aufzuregen. Direkt. Hier in Bozen. Also in so einem Zimmer, mit so einem Blick auf so einem kleinen Berg, kann ich jetzt endlich mal sagen, denn wir waren den großen. Ja, wir sehen rote Dächer, so alte Ziegeln, sehen den Berg, einen blauen Himmel. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Wenn Engel reisen, wir hatten echt Glück mit dem Wetter. Zumindest, wenn wir von A nach B gelaufen sind, war schönes Wetter. Und ich muss sagen, Jochen, dieses Lächeln im Gesicht verzaubert mich. Körperlich sitze da wie ein Schluck in der Kurve. Es war auch anstrengend. Das fasst es gut zusammen. Ja, es war total anstrengend. Also wirklich, es war so, ich hatte so einen Weg, mein Weg hieß Dolorama, so heißt der Wannweg, so ist der offiziell benannt. Du warst in den Dolomiten. Ich war in den Dolomiten, Alter. Und das ist ein wunderschönes Gebirge, das ich letztes Jahr entdeckt habe, für mich das erste Mal in Realität. Und ich musste da wieder rein und ich bin da wirklich durch. Und ich bin auch durch. Das war jetzt sicherlich, ich habe mich jetzt nicht ohne ohne Sauerstoffgerät auf Mount Everest gestiegen. Schönen Gruß an Reinhold Messner, der ja auch aus Südtirol kommt und hier auch noch lebt, meine ich. Auch tolle Museen hier hat. Aber ich habe, das war schon, das war ein Schluck aus der Pulle. Und jetzt, ihr kennt vielleicht diese, und jetzt sind wir wieder bei euch, WanderfreundInnen. Man kennt auch dieses wunderschöne Gefühl, dass man völlig im Eimer ist und denkt, irgendwie weiß ich genau, was ich gemacht habe. Und ich habe irgendwie, ganz richtig, man kann das gar nicht so in Worte fassen. Das versuchen wir. Und wir versuchen euch nebenbei diese Wege und noch Reisetipps zu geben, Wandertipps zu geben und das alles in Worte zu fassen. Und auch wenn der Jochen gesagt hat, es ist nicht der zentrale Punkt heute, das Essen. Aber seid euch sicher, wir sind ja so von Hütten zu Hütten gewandert und zwar nicht zusammen, sondern unterschiedlich. Ich war auf dem Meraner Höhenweg, Jochi in den Dolomiten und wir haben auch ein paar kulinarische Highlights erlebt. Vierte Mahlzeiten, kann ich für mich sagen, habe ich auch erlebt. Ja, sicher. Das wird alles drin sein in dieser Folge. Und das Geile ist, wenn ich die kurzen, das ist so schön, dass wir uns endlich mal wieder sehen. Und das Geile ist ja auch, dass wir gar nichts voneinander wissen. Also ihr müsst da draußen verstehen, wir haben uns gerade erst wieder gesehen und sind zusammen hingefahren und fahren auch zurück zusammen morgen. Aber wir wissen gar nicht, was der andere erlebt hat. Und deshalb wird das jetzt für uns auch sehr, sehr spannend. Ja, das Einzige, was wir gemacht haben, das war ganz lustig. Wir haben abends Insta-Stories gemacht nach dem Motto, wie geht's dir, Schatz? Die mussten aber auch zwischendurch ausfallen, weil ich einmal auch 24 Stunden, was ein geniales Gefühl, da will ich auch gleich drüber berichten, 24 Stunden einfach kein Netz hatte. Also zwangsweise kein Netz hatte, weil in diesem Tal und da oben, wo ich war, gab es einfach kein Netz, kein Telefonnetz, kein WLAN, nichts. Und ich habe dann über eine Hütte, die hatten so einen Satelliten für einen Notfall, habe ich dann Jochen so eine kleine E-Mail geschrieben. Huhu, ich habe kein Netz. Ich dachte, das war Spam. Ich habe die bekommen. Ich hatte auch nicht immer ein Netz. Aber da, als ich hier im Kampf stand, da so und so, irgendein ganz komischer Absender, so Euro-Satellit, sage ich jetzt mal so, also völlig random. Und dann halt, huhu, ich habe kein Netz. Ich so, yo, Alter. Und dann gleich werden mir wieder, weiß nicht, russische Folklore-Udensilien für zwei Millionen Euro angeboten, die ich natürlich auch alle kaufe. Ja klar, hast du ja schon oft gemacht. Ja sicher. Du trägst es ja auch jetzt wieder. Die ganze Bude steht voll. Das ist ja auch bei der Hitze jetzt. Ich finde, die Röcke stehen dir wunderbar. Wir sind ja diverser Podcast. Du kannst es tragen. Du musst dich ja für nichts schämen. Du bist ein schöner Mann. Ich habe keine Lust mehr, den Berg zu halten. Aber jetzt sind wir wieder beim Berg. Wir fangen jetzt einfach mal an, bevor wir uns hier verlabern. Es gibt so viel zu erzählen, zumindest von meiner Seite. Von meiner auch. Wir sind ja erstmal ganz speziell auch angekommen. Wir wollen vorne anfangen. Wir wollen es heute bei dieser Podcast-Folge ganz chronologisch machen. Also nicht so wir wie sonst, so zickzack, sondern wir wollen einfach mal vorne anfangen. Weil der Anfang war schon grandios. Wir sind nämlich so gereist, sehr nachhaltig gereist nach Südtirol und sehr spannend gereist. Ich reise ja so unfassbar gern. Ich glaube ja, du auch, Jochen. Wir sind von Köln mit dem Nachtzug bis nach Südtirol gereist. Ja. Das war toll. Sonntags abends in den Nachtzug und zack sind wir direkt aufgefallen. Wir hatten so ein Abteil nebeneinander mit so einer Verbindungstür. Das haben wir natürlich sofort gerafft. Wir so rein ins Abteil und erstmal Jochi, der ist ja nebendran und die Verbindungstür aufgemacht. Da haben wir uns erstmal hingesetzt. Wir haben uns ja in den letzten Monaten auch nicht so viel gesehen. und dann haben wir erstmal erzählt und so und uns gefreut. Wir wälzen dann immer Podcast-Ideen und werden so ein bisschen euphorisch. Also es war halt so ein bisschen Motto Klassenfahrt. Also so, jeder hat sein Bett bezogen. Wo schläfst du, Alter? Ich komme auf dein Zimmer vorbei, Alter. Wollen wir uns verstecken heute nach dem Schrank? Ja, so war das ja. Ja, es war so. Und dann haben wir uns da gerade wieder so ein bisschen hochgeschaukelt und waren wieder kurz vor Weltherrschaft. Also irgendwie so, wir treten bei Wetten, das auf und ich mache die Tagesthemen und Michi macht die Folklore-Sendung danach oder was. Michi Silbereisen. Und dann klopfte es und da ging die Tür bei Michi auf und Folgendes geschah. Es kam ein Typ, nicht mal so sorry, Entschuldigung, guten Abend oder so, sondern ihr seid zu laut, es ist Nachtruhe, Nachtzug. Es war so irgendwie so Viertel vor elf. Also es war jetzt noch nicht irgendwie ein Uhr und wir haben schon eine Europalette Bier getrunken oder so. Nein, es war ganz gesichtet. Wir haben so ein halbes Bier getrunken, so ein bisschen erzählt und er ranzt mich an. Und sie müssten arbeiten, sie wären nähen dran und wir reden so laut. Also das war erstmal, fand ich, wir hatten gleich ein bisschen Rock'n'Roll, ein bisschen Abenteuer und natürlich, weil wir gut da zogene Jungs sind, haben wir die Tür direkt zugemacht. Ja, wir haben da jetzt, also man kann es nicht sagen, als wir eine Gegenparty gestartet haben. Also wir waren ganz kleinlaut. Ich hatte auch verdammt laut die Tür zugehauen, als sie dir das gesagt hat. Also natürlich hätten wir den weggemacht, hätten wir gewollt. Also klassenfahrtsmäßig so. Wir gehen mal zu dem uns. So Jungs mäßig. Anklopfen, weglaufen. Gerade im Zug eine starke Idee. Schönes Bild. Aber wir schliefen dann ein irgendwann in diesen Betten und wachten irgendwann auf und waren bei dem Vorzug dieses Nachtzugs dann eigentlich praktisch sozusagen auch angekommen. Nämlich, dass man tatsächlich ja überraschenderweise einschläft und aufwacht da, wo man im besten Fall dann erst aufwacht, wenn man da ankommt, wo man hin will. Und das war schön. Wir waren in Innsbruck und das war eine sehr entspannende Art und Weise, dort hinzukommen, weil die Zugfahrt nach Südtirol dauert so, wenn die Verbindung sehr gut ist, zwischen 8,5 und 9 Stunden. Was auch okay ist, weil du musst nur einmal umsteigen in München, wenn du jetzt nach Bozen zum Beispiel fährst. Das habe ich jetzt mal gemacht. Aber das waren jetzt halt 10 Stunden und du pennst ja eh. Und ich fand das völlig okay. Ich fand das super. Vor allem, ich finde ja ganz toll in diesen Nachtzügen dieses Geratter. Und am Anfang denkt man, ah, das stört. Aber irgendwie kommt man da, ist das wie so ein Mandra und dann schläft man doch ein. Und klar, wacht man vielleicht mal öfter als sonst mal noch auf, weil Jochen irgendwie von der Pritsche gefallen ist, nebenan. Nein, ist nicht passiert. Aber es ist wirklich unbezahlbar, wenn du dann morgens irgendwie, es kommt so, man hat so eine Rolle am Fenster gehabt, ich habe den aber nicht ganz zugemacht absichtlich, weil ich habe irgendwann, merkte ich so, da kommt so Tageslicht rein. Da habe ich eine Rolle hochgemacht. Und eine Stunde vor Innsbruck bin ich wach geworden. Die Sonne schien in mein Fenster. Wir sind direkt, da waren direkt schon, war da Berge. Ja. Noch nicht so die Hohen, aber es war schon bergig. Unten, wir sind an einem Fluss entlang gefahren. Und dieser Moment, wo du liegst da, draußen zieht eine sonnige Welt vorbei, ein neuer Tag startet. Die Sonne sagt, hey, heute erlebst du was, Michi. Allein für den Moment, das ist so, auch wenn man dann vielleicht nicht so perfekt geschlafen hat, ich hatte sofort dann Energy ohne Ende und wollte ankommen und raus. Und dann haben wir gefrühstückt. Da haben wir nämlich die Luke wieder aufgemacht. Yes. Das war süß. Und haben so gegenüber gefrühstückt. Ja, und haben wieder mal die Übernahme der Welt geplant. Hat wieder nicht funktioniert. Egal, wir sind dann natürlich, wie man es auch immer, übrigens großes Talent von mir, aber von dir offensichtlich auch. Du hast zehn Stunden Zeit und es wird trotzdem knapp am Aussteigen. Es wird wirklich knapp am Aussteigen. Immer dasselbe Spiel. Irgendwo jetzt bestehen schon, Typ, Alter. Wir hatten zehn Stunden Zeit. Die Panen waren auch pünktlich. Also es gibt, na egal. Wir sind dann raus in so einen Regionalexpress, nenne ich das mal, so eine Regionalbahn und sind dann halt unter anderem über den Brenner gefahren. Toll. Also sozusagen rüber nach Italien. Und dann stieg ich aus. Und dann haben wir uns getrennt tatsächlich. Und bis wir uns jetzt eben gerade wieder gesehen haben. Und ich bin ausgestiegen am Bahnhof Franzens Feste. Nur um es mal zu sagen, falls Leute jetzt wirklich mit demselben Nachtzug anreisen. Und da steigst du dann aus und dann fährst du da weiter. Entweder gibt es einen Bus. Der fährt so eine Zeit lang halt zu diesem Parkplatz, wo dieser Wanderweg-Dolorama beginnt. Da fährt er hin. Oder du nimmst dir ein Taxi. Das kostet schon natürlich ein bisschen Geld, weil du halt wirklich erst mal vom Bahnhof, das ist jetzt ein kleines Dorf, das ist keine Stadt oder so, erst mal da hinkommen musst. Aber das geht alles. Das ist alles zu machen. Du kannst auch wandern, wenn du völlig wahnsinnig bist, dass du wirklich schon am Bahnhof loswanderst. Und du bist nicht wahnsinnig, Jochen. Nee, in dem Fall nicht. Nee, also wir sind dann hoch. Ich bin dann hoch. Ich habe dann meinen, der Kollege mit mir unterwegs, war den halt getroffen, der hieß Martin. Ach, du hast so, der Martin warst die ganze Zeit mit einem Typen unterwegs. Ja, mit betreutes Wandern, Alter. Also man hat dann sofort in Südtirol erkannt, du nickst, ne? Ich nicke, weil das hat der Martin, also ich kenne den Martin nicht, aber ich danke Martin jetzt schon. Es hat uns viel Nerven, viel Zeit und Geld gespart. Sorge. Sorge. Krankenhauskosten. Ich hatte schon die Idee, dass wir ein Heli irgendwo schicken müssen. Ich hatte nicht, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir wirklich drei Tage mit, dass dich jemand quasi da durch die Dolomiten getragen hat. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Nein, der hat mich sowas von nicht getragen, Alter. Interessant an Martin, weil erst mal Martin ist super. Martin heißt tatsächlich Martin, weil er am 11.11. geboren wurde, am 11.11. Geburtstag, und das ist der Martinstag. Ja. Da habe ich gesagt, Alter, dann musst du auch mal nach Köln kommen und Geburtstag bei uns feiern, weil dann willst du definitiv in die Berge zurück, weil wenn der Karneval ausbricht in Köln, der ist natürlich 26 oder so Mitte 20 und lebt halt hier in Südtirol und will auch gar nicht mehr weg. Ich komme halt zu dem, zu dem, wie ich mich dann, weil das weißt du ja gar nicht. Du bist dann ja erst mal weitergerollert in deinem Zug da. Ich bin dann halt angekommen an einer Starkenfeldhütte. Das sind jetzt, man muss, Starkenfeldhütte heißt sie, das ist jetzt, man gibt jetzt eigentlich keine, für die Leute, die es nicht wissen, konkreten Hoteltipps. Hütten sind einfach eine Orientierungsform, gerade bei Etappen einer Wanderung. Das heißt, deshalb sagen wir das immer wieder. Ich kann nur sagen, Starkenfeldhütte hieß sie, die war super, die war auf der Rodenecke Alm. Darum geht es eigentlich. Du bewandest erst mal diese Rodenecke Alm und das war in dem Fall und das Thema Hütten wird ja bei dir wahrscheinlich auch noch stattfinden. Es gibt ja alles. Also diese klassischen Schutzhütten, die wirklich, also es gibt wirklich Hütten, die im Absoluten nicht stehen, irgendwo ganz hoch auf Bergen, wo dann wirklich einmal in zwei Monaten einer vorbeikommt. Sowas hatten wir dann nicht, aber es gibt sehr grund, sehr, 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 wie nennt man das, also zurück, also nicht so aufwendig. Einfach? Einfache. Das ist auch ein schwieriges Wort. Ja, ich will auch. Ja, aber für so einfach strukturierte Typen wie uns ist das manchmal schwierig, den Bogen zu finden. Es gibt einfache Hütten. Naja, gut, die Starkenfeldhütte war so ein bisschen schicker und das fand ich toll. Ja, urig, ne? Rustikal. Ja, ja. Rustikal. Rustikal waren sie irgendwie alle. Gut. Rodenecke Alm, ich da gepennt und hab da erstmal, also was heißt, ich hab gepennt, ich bin natürlich angekommen nach der ganzen Anreise und dann hab ich natürlich erstmal was gegessen. Aus dem Nachtzug erst verschlafen. Nein, ich hab natürlich mir erstmal einen Knödeltries gegeben. Leute, Knödeltries, Wahnsinn. Also einfach drei Knödeln und man kann sich meistens aussuchen, welche das sind oder sie werden selbst zusammengestellt. Oft dabei Spinat, oft dabei rote Beete und die sind dann wirklich auch grün und rot, Leute. Das sieht einfach schon auch lustig aus, wenn ihr Kinder habt, die werden großen Spaß haben. Ich hab einen Buchweizenknödel gegessen. Oh, das hab ich noch nicht gegessen. Ganz toll. Ich hab mir ganz viel Buchweizen begegnet auf der Reise. Ich bin eh Fan von. Witzigerweise aus Japan, aber hier natürlich in einer ganz anderen Form. Parmesan. Also ich hab einfach drei Knödel gegessen und war glücklich und hab sofort das getrunken, was ich jetzt nicht immer sage, wenn ich getrunken hab, weil die sonst durchdreht. Ich möchte es aber nur jetzt mal vorausnehmen und sagen, das ist das beste Getränk, was es auf dieser Welt gibt. Holundersaft. Holundersaft. Die Leute sammeln Holunderblüten, sie machen sie zu sozusagen Sirup oder Saft mit Zucker, lassen das ein paar Tage ziehen und mischen das mit Wasser, entweder Kohlensäure oder ohne Kohlensäure. Leute, ich hab jeden Tag, wenn ich, egal auf welcher Hütte ich mittags oder abends angekommen, erstmal einen halben Liter Holundersaft getrunken. Also mit Wasser wohlgemerkt. Das war nicht so süß. Ein wundervolles Getränk. Ganz kurz zu einordnen. Ich hab mir natürlich danach noch einen Buchweizenkuchen reingezogen. Einfach nur kurz zurück. Ihr führte Mahlzeitstandard. Also ich wäre enttäuscht. Ich würde sofort gehen. Wutschnaubend würde ich den Raum hier verleiten. Du standst hier schon mit gepackten Koffern gerade vor. Ja, ich würde springen. Buchweizenkuchen gegessen. Natürlich immer wieder an den Tagen. Tollsten Kaffee gibt es eh in Italien. Müssen wir nicht drüber reden. Stellt euch kurz vor, ich stehe auf einer Alm und sozusagen, und das ist jetzt wirklich nicht aufgrund meiner geografischen Mängel, sind die Alpen, die Tiroler Alpen noch und links sind die Dolomiten. Und das sind beides sehr, also wirklich das, was ihr denkt. Also grüne Alm, ich stehe da auf und rechts und links schwarze oder graue spitze Berge, schroffes Gestein, große, mächtige Berge, die was ausstrahlen. Also das hat mich letztes Mal schon so gepackt, weil diese Mischung aus Gras und Grün und Schön und Idylle und dann halt diese... Ich weiß noch, beim letzten Mal hast du gesagt, du musst da unbedingt mal hin. Du musst da mal hoch. Du hast das letzte Mal erzählt von den Dolomiten, und das du gesehen hast und hast gesagt, Alter, ich will da hoch. Genau. Und das ist sozusagen passiert, denn diese Route, die ich gegangen bin, die heißt Dolorama, die findet ihr auch im Netz, irgendwie führt halt zu einigen der größten und spektakulärsten Berge der Dolomiten und führt halt von diesen Alm, von eher so allem Leben, auf dem ich jetzt so bin, immer weiter ins Alpine rein. Also du kommst immer weiter in diese Bergwelt rein. Und das ist das Spektakuläre und das Tolle daran. Kurze Eckdaten, einfach nur Strecke, 61 Kilometer. Das finde ich, ist schon eine Ansage. Und du gehst halt so, geht da auch netto, ist so rund 20 Stunden oder so und du gehst wirklich pro Tag sechs bis sieben Stunden. Das ist nicht technisch anspruchsvoll, das könnte ich auch gar nicht lösen, das wissen wir alle. Aber es braucht Ausdauer und das ist also, du brauchst Schuhe, Alter. Du brauchst gute Schuhe und nimm einen Blasenpflaster mit, tu es einfach und lauf die Schuhe einmal vorher an und tu es nicht. Also du machst es ja in Flipflops, aber auch ihr da draußen nehmt nicht, denkt Nacht nicht so, ich hab hier noch so ein paar Vans oder ich hab noch ein paar Joggingschuhe, Leute. Das ist der Moment, in dem man sagt, irgendwann sagt so, Alter, bin ich froh, dass ich vernünftige Schuhe habe. Ich hab die noch vom Ruanda-Urlaub gehabt, vor dem Gorilla-Tracking, hab die einmal noch Probe getragen vorher und bin Gott froh, dass ich diese Schuhe hatte. Als ich dann abends meine Schlutzkrapfen das erste Mal als wundervolle kleine Schlutzkrapfen. Was ist das? So Adravioli, also selbstgemachte Nudeln mit Ricotta und Spinat. Selbst wenn dir nichts mehr einfällt, bestellst du die einfach ein bisschen mit gebräunter Butter obendrauf, perfektes Gericht. Hab ich mir abends so reingezogen. Vorher noch so ein paar Stechwanderungen, also kurz mal zu so einem See oder ein paar Esel gestreit bei Kühe gesehen und dann bin ich ins Bett gegangen. Das war mein erster Tag, Mechi. Meiner war ganz anders. Bisschen mondäner, würde ich sagen, weil ich bin bis Meran gefahren und das wisst ihr aus vielleicht den letzten Südtirol-Folgen, wir haben ja schon zwei, dass ich großer Fan bin von Meran und Umgebung und meine Wanderung waren ein paar Etappen vom Meraner Höhenweg. Aber ich bin erst am nächsten Tag gestartet und lustigerweise hab ich mir da noch die Zeit gegönnt, noch ein bisschen Meran wieder weiter zu erkunden. Weil ich war ja schon viel und hab ja schon viel über die Historie erzählt und lustigerweise hab ich auch einen Martin getroffen. Ich hab nämlich mit dem Ottmannsgut geschlafen, so ein Familienhotel, so würde ich auch sagen, so eins unserer Reisen-Reisendieblinge, weil es ein toller, alter Bau ist, nicht ganz mitten in der Stadt und die Familie hat das schon sehr, sehr lange und ich hab den Martin getroffen, der das jetzt führt, ein total spannender Typ. Seine Großmutter hatte dieses Hotel schon geführt als so eine Tiroler Pension. Weißt du, wir haben ja oft so im Kopf, das hatten wir früher, dass Südtirol so war, wo unsere Großeltern halt in Urlaub gefahren sind, so in den 50er, 60er, 70er und so eine Pension war das mal. Aber irgendwann hat die Familie das halt umgebaut und sehr, sehr nett geworden. Toller Garten, kann man, man muss ja gar nicht pennen, man kann dort auch einen tollen Kaffee trinken und einen Kuchen essen. Die haben einen wunderschönen Garten mit Zitronenbäumchen, es gibt eigene Kirschen und so, also richtig toll. Und zu Martin, den hab ich dann irgendwann, als ich mir so ein bisschen erzählt hab, ich hatte auch einen Martin, nicht nur du, wir hatten ja beide unsere Martins, ob wir abends mal einen trinken gehen oder so. Also ich war ja allein, du warst ja nicht bei mir und dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen, weil er mir einen Ort zeigen wollte, wo nicht so die Touristen hinkommen. Das wollte ich ja. Ich hab gesagt, zeig mir nochmal einen Ort, wo kann man hier ein bisschen cool trinken, abends was trinken gehen. Auf dem Weg sind wir erstmal, da hab ich dir was mitgebracht von da. Wir sind an der Gasse vorbeigekommen, die so meine neue Lieblingsgasse ist in Ecke in Meran und zwar den Rennweg. Und im Rennweg sind so, das ist eine ganz schmale Gasse, würde man wahrscheinlich vorbeigehen, sind so ein bisschen alternative Geschäfte und ganz hinten ist so ein junger Typ, der Bilderrahmen macht und die so ein Handwerk, mittlerweile bestellt man die im Netz oder so, aber der Typ fertigt die halt wirklich an. Vorne so ein Designergeschäft, so eine kleine Boutique, die so aus so Jankerstoffen, so traditionellen Südtiroler Stoffen, wo man so früher so Jacken hatte und alles mögliche, den gleichen Stoff, diesen wertvollen Stoff genommen und einfach in coole Designs. Also das fand ich super und da dachte ich sofort an dich, da gibt es ein Chocolatier. Ach hallo. Den René. Und da habe ich dir eine Tafel mitgebracht. Digga, du hast mir das mitgebracht? Dark Columbia Single Original Chocolate. 58. For diet, it's too late. Und ganz am Schluss probieren wir die. Alter, ich bin jetzt also das... Ich habe eine Tafelchokolade und wir essen die nachher live, die ist ganz frisch. Du hast einen Schritt in meine Richtung. Ja, Leute, ihr müsst euch das jetzt... Also das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen. Also hier ist gerade Bescherung. Ich bin gerade so ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Lass die Tränen. Komm, brauchst du ein Taschentuch? Nein, auf jeden Fall. Die Gasse fand ich halt super auf dem Weg und der Martin hat mich dann so die Passa entlang geführt. Die Passa ist ja dieser wunderschöne Fluss durch Meran. Allein da kann man schon wandern. Man kann, also wenn man nach Südtirol fährt und will nicht hoch in die Berge, kann man einfach von Meran aus die Passa links und rechts vorbeilaufen. Dieser mächtige Fluss. Der immer rauscht. Der so wie so ein rauschender Bach. Also ziemlich fetter Bach dadurch. Also die haben auch da eine Kanustrecke oben. Das ist so eine richtig wilde Kanustrecke. Also das ist jetzt nichts für mal einen Kanulein, so Typen wie uns. Und ich fahre mal runter, weil dann fährst du nur noch einmal. Und das ist ja wunderschön. Das ist wie so eine Schlucht. Links und rechts geht so die Schlucht hoch, so terrassenmäßig. Und das ist so auf der einen Seite Wald und das ist immer noch in der Stadt. Also das ist wie so ein Mitten in dieser kleinen Stadt, dieses Naherholungsgebiet. Und links, und das hätte ich auch nie gesehen, gibt es die Meteo Beach Bar. Und das ist auch Beach, es ist nicht wirklich ein Strand, sondern oben ist so ein Restaurant. Und wenn man das nicht weiß, geht man so ein paar Treppen vorne an diesem Restaurant runter. Und dann haben die sich so ein bisschen Punk-Kunstmäßig, sind da halt so kleine Wiesen, wo halt Bänke stehen und Tische und Kicker und alles Mögliche. Also eher so alternativ. Gar nicht so, wie man es sich Maran vorstellt. Vielleicht manchmal so ein bisschen gut bürgerlich. Und das zeigt mir halt auch, und das passt dann halt auch so zu Südtirol, dieser ganze Tag, den ich dann hatte, dass Südtirol auf der einen Seite dieses Urige hat und auf der anderen Seite halt, da ist so eine Generation von Leuten, vielleicht so auch in unserem Alter zwischen 30 und 50, die da nochmal einen anderen Flair reinbringen. Die es so ein bisschen moderner machen, auch ein bisschen alternativer, die da auch ein bisschen Rock'n'Roll reinbringen. Ich habe mit den Leuten, die ich gesprochen habe, Martin auch, aber auch später mit Leuten auf den Hütten, die ich getroffen habe, sind Leute, die da aufgewachsen sind, sind dann weg raus in die Welt von, also wirklich, entweder in Wien studiert oder nach Argentinien oder nach London, dieser René, wo ich die Schokolade für dich habe, Jochi. Guck hier, hört ihr die Schokolade? Hab ich nicht schick, die alle. Der war zum Beispiel in London. Und irgendwann, so um die 30, hatten die irgendwie wieder Bock zurückzukommen. Aber dann halt, das so zu machen, wie sie Bock haben und vielleicht nicht wie ihre Eltern oder Großeltern. Ja, deshalb ist ... Aber das ist, wenn ich das kurz sagen darf, das ist auf der ersten Hütte, auf der ich war, da war es ja genauso. Da waren halt der Typ, das mache ich nett, also der Mensch, der da gearbeitet hat, das mit seiner Freundin, die waren, ich glaube, die waren nicht mal Mitte 20 und haben halt diese Hütte gepachtet. Also viele Leute pachten Hütten, weil Hütten werden oft vererbt. Niemand könnte das bezeichnen, niemand ist so blöd, eine Hütte zu verkaufen. Und so ist er dann aber auch richtig viel Geld. Und die haben das halt gepachtet und dann auch noch vor Corona-Zeiten. Das heißt, die haben es nicht leicht. Aber da sitzen wirklich Leute, die Anfang, Mitte 20 sind, die halt auch idealistisch sowas umsetzen. Und diese Menschen habe ich natürlich auch, also da kommen noch so zwei, drei andere, die sind nicht alt. Das sind nicht irgendwelche Schuhplattler-Opis, gegen die ich gar nichts habe, um Gottes Willen. Sondern da ist halt so ein bisschen Bewegung zumindest drin. Ich finde, die Mischung macht es einfach. Also das war auch so bei der Wanderung. Und ich finde ja beides cool. Aber ich finde es cool, dass beides da ist. Und dass man, wenn man Bock hat, entscheiden kann, nehme ich jetzt, wie du sagst, hier den Speckknödel, den es da schon seit 7000 Jahren gibt. Oder nehme ich halt den irgendwie besonderen Knödel, der nochmal irgendwie anders gemacht ist und ein bisschen feiner ist und da noch irgendwie mit irgendeinem anderen Geschmack in deine Geschmacksknospen reinkickt. Und die Mischung, und das steht so für mich über die letzten Tage, dieses Hin und Her zwischen urig und überraschend. Also das steht für mich so als Überschrift über dem Trip. Ich will wandern. Darf ich? Ja. Weil wir, wie gesagt, wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt einfach so tageweise, glaube ich, weil irgendwie funktioniert das gerade ganz gut. Dein zweiter Tag, Jochen. Mein zweiter Tag, mein erster richtiger Wandertag. Morgens 7 Uhr klingelt der Wecker. Das ist für mich normalerweise ein Satz, bei dem ich normalerweise, also das ist jetzt nicht so mein Style. Man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja Jochen auch schon mal morgens um die Uhrzeit erlebt. Das geht wahrscheinlich vielen von euch so, es gibt ja viele Leute, die so ein Morgenproblem haben, aber Jochen spielt da Champions League. Ja, das spiele ich ganz oben mit. Also das sieht auch einfach mitleidserregend aus. Genau, das übe ich auch nicht, das ist einfach so. Ich habe das Martin am ersten Tag angekündigt, also vor dem ersten Wanderer, habe ich gesagt, pass auf, wenn ich morgen nicht rede, das hat nichts mit dir zu tun. Und dann, wie meinst du denn? Ich so, du wirst es sehen, ich meine das nicht böse. Wenn ich dich anschreie, ist das nicht persönlich gemeint. Und wenn ich springe, ne? Nee, aber morgens um sieben Uhr klingelt der Wecker und dann, wie gesagt, das ist eine schöne, moderne Hütte, sehr rustikal, aber auch irgendwie wundervoll und schlicht. Aber du isst dann frühstück, Kühe gehen am Fenster vorbei, fand ich erstmal schön. Also das ist halt, sehr oft hast du dieses Ding, dass die Viehhaltung, die übrigens sehr übersichtlich da ist, zumindest auf den, also ich bin an einer Ecke Südtirols gestartet, die sehr untouristisch ist. Da gibt es keine Bergbahn, da gibt es keine Seilbahn, da gibt es nichts, also kein Massentourismus. Da waren verdammt wenig Leute. Und wir reden jetzt gerade von Mitte Juni, also wirklich Sommer. Und da war bestes Sommerwetter. Da waren nicht viele Menschen. Es war sehr beschaulich auf jede Art und Weise. Und die Tiere sind sozusagen Teil des Alltags. Da stuttet auch mal eine kleine Gruppe Schweine so an mir vorbei, als ich am Tisch saß und wieder meinen 36. Holundersaft trank. Egal. Wir dann los. Ich und Martin gehen die ersten Schritte. Das Erste, was ich erlebt habe, fand ich so wahnsinnig klischeehaft super, dass ich dachte, wieder was abgehakt immer. Man hat ja immer so Listen, die einem dann immer so einfallen, wenn man irgendwas erlebt. Da steht ein Hund vor so einer Hütte. Man begegnet, wenn man über diese Alm geht. Ich bin ja, wie gesagt, permanent über 2000 Meter gewesen. Das Gras ist noch so ein bisschen nass am Morgen, ein bisschen Morgentau und so. Aber die Sonne kommt so langsam durch, strahlt so von der Seite und dann steht da halt, ist das eine ältere Hütte so. Davor steht ein Hund. Bisschen weiter weg, schon so 20 Meter oder so. Aber der bellt halt. Wahrscheinlich, weil er uns sieht und irgendwas beschützen will. Hunde halt. Das Geilste ist, der Hund hat ein Echo. Das heißt, ich mache das jetzt und dann wirklich Und dann spielt er sich hoch mit seinem eigenen Echo. Und irgendwann dachte ich so, erstens dachte ich, wie geil ein Echo, weil ich habe nicht so oft wirklich Echos erlebt. Und das Klischee, das was man mit dem Gebirge verbinden kann, ist wirklich ein Echo. Es war aber da. Erste Amtshandlung, Echo erledigt. So Haken auf meiner Liste gemacht. Und dann bellt er dann dieser Hund zurück und der bellt ja mal weiter. Ich dachte so, Junge, du lebst da zwar schon eine Weile, aber es kann glaube ich gerade sein, dass du dich mit dir selbst unterhältst. Aber das kennt man ja. Ja, ich mache das ja auch jeden Tag, nur dass halt keiner antwortet. Aber wie dem soll sehr jemand sein. Nach ungefähr einer Stunde kam das erste Highlight. Ich habe versucht, so ein paar Sachen noch zu machen. Kreuzwiesenalm hieß dann so die Alm, auf der ich war. Eine Almkäserei. Da sind wir nämlich wieder bei so einem Menschen, von dem du gerade gesprochen hast. Johannes hieß der. Der war glaube ich in den 30ern. Er ist mit seiner Frau und seiner Familie. Da macht er halt so eine Hütte. Also wir sagen, da können Menschen pennen, da können Menschen essen. Das ist halt Gastronomie. Und er hat halt eine kleine Käserei gegründet mit, Achtung, acht Kühen. Einfach mal acht Kühe. Einfach mal so Massentierhaltung, Milch, das Produktmilch, das Systemmilch. Da gibt es ja ganz viele, ich will das jetzt alles gar nicht schlecht machen, aber natürlich ist Milchlechtsindustrie. Massentierhaltung kannst du ruhig schlecht machen. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber das geht auch viel, viel größer. Und wer einmal sowas, also selbst wenn im Fernsehen mal so ein Fernsehkoch so einen Biobauer besucht hat, der ja meistens so 50 Kühe oder so, weil er sagt, er will es klein halten. Johannes hat acht. So. Hat eine kleine Käserei, der war da mit mir drin. Das ist ein Raum, der ist kleiner als dieses Zimmer, also wirklich so, lass sie sechs Quadratmeter groß sein, davor noch einen. Und dann hat er einen Reiferaum, der hat unten so ein paar Bretter, der wird von der, also an offener Erde, wirklich nur Naturklima und keine Flüssigkeit, also keine Feuchtigkeit zugeführt. Also einfach schön. Und stellt mir natürlich dann, er hat natürlich meine Augen gesehen, es war ja auch noch später morgen oder so, hat er mir natürlich eine Käseplatte aus dem Mittelalter hingestellt, die ich probieren durfte. Almkäse, zwei Sorten Bergkäse, Zirbelkäse hat er gemacht, das ist so eine Kiefernart, das war so sein Signature-Ding, denn das schmeckte wirklich so ein bisschen nach Tanne so. Haben ihm so ein paar Kräuterfrauen aus dem Dorf beigeholfen. Also ich will sagen, ganz klein, ganz nett, schönes Essen, auch alles nie so teuer, weil es einfach direkt von da kommt. Das hat ja keine Transportwege. Und die Unterhaltung, die sich dann führte, die ich jetzt gar nicht ganz ausführen will, aber nur um es mal zu sagen, weil du das gerade so hast anklingen lassen, Leute gehen weg und kommen wieder. Er war nie groß weg. Er sagt dann, er war groß weg, aber hat in der Stadt studiert. Das ist für die ja schon ein Ding, wenn sie irgendwie so zwei Jahre nach Innsbruck gehen oder so. Das meine ich wohlgemerkt nicht wertend. Und der hat sich entschlossen, da zu leben, möglichst autark zu leben, also wirklich fast nichts zu brauchen, Strom, Solar, Dach, alles irgendwie zu machen, dass er wirklich fast nichts mehr braucht, um selber zu funktionieren. Und er hat einen Kernsatz gesagt, der mich auf dieser Wanderung wirklich begleitet hat. Und das war, der Weg, den ich gehe, ist schön, aber er ist schwer. Und das meine ich jetzt gar nicht nur darauf, dass ich jetzt wahnsinnig gelitten habe, nur, worauf passt das alles? Also so längere Wege im Leben, dass man Entscheidungen trifft, dass man, natürlich könne man es sich einfach machen. Ich hätte ja auch mit dem Auto von meiner Bahnstation hier nach Bozen fahren können, hier auf dich warten können. Ich hätte nur ein paar Berge weniger, von denen gibt es auch Bilder im Internet. Aber die Idee ist ja eine andere. Ihr wisst alle, was ich meine. Und das sind so Unterhaltungen, die du dann führst. Und über die denkst du danach, wenn du dann halt weitergehst. Und um das kurz zu umreißen und nochmal auf diesen Wanderweg zurückzukommen, nur, dass ihr einen Eindruck davon kriegt da draußen, was mein Wanderweg ist, weil deiner klingt, glaube ich, also wirklich so nach klassischem Tirol und sehr idyllisch, als wenn ich von dem Obst höre. Und ich glaube, du hast mir auch mal geschrieben, dass es da relativ warm ist und so. Ich war ja immer eher so gebirgig unterwegs. Also alpin, du warst immer hochalpin. Ja, also ich weiß nicht, was hochalpin heißt, aber der Martin hat mir gesagt, das ist alpin. Ja, siehst du. Und ich bin permanent zwischen Baumgrenze und nicht, also über und unter der Baumgrenze gependelt. Also da, wo Bäume wachsen oder nicht mehr, weil es halt so hoch ist. Und irgendwann kam dieser Gedanke auf so, was ist, also um das auch plastisch zu machen, was ich da gemacht habe, war, da waren die Almen, aber da waren auch ganz andere Landschaftsformen, die ich immer wieder wechselnd durchwandert habe. Und ich dachte so, irgendwann war es so ein bisschen wie Herr der Ringe, um es griffig zu machen. Also das Auenland mit den Almen. Mordor mit diesem riesigen, zornigen Gebirge, auf das ich zugegangen bin, dass ich irgendwann reingegangen bin. Also dann dazwischen aber auch noch ganz viel Wald und kleine Waldwege. Also Baumgart war auch da. Weißt du, also dann gab es so ganz verschiedene, ich bin permanent durch verschiedene Vegetationswelten gelaufen und bin auch einmal so über so einen Hügel gelaufen, der nur mit Gras bedeckt war, aber ganz hoch. Also es war ganz bizarr, ganz so eine Zwischenwelt, die nirgendwo auftaucht, weil jeder nur von Alm und Gebirge spricht. Und ich habe Wolfsspuren gesehen an dem Tag. Weißt du, also du denkst so, ups, der war gestern Nacht hier. Auch ein Riesenthema, kann man eine eigene Folge zu machen. Und habe halt permanent halt Wald, Geröll, Alm durchschritten, bin hochgegangen, habe Hochgehen gehasst, habe Runtergehen noch viel mehr gehasst, Runter vom Berggehen ist noch ätzender als Hochgehen. Zwiebeln schön in den Knien vorne. Hölle. Ja, das ist toll. Und ich habe mich irgendwann daran gewöhnt und war dann so eine Zone, in der ich einfach gegangen bin. Und habe halt wirklich, und wurde natürlich, mir wurde geholfen, von dieser spektakulären Natur und Landschaft, die ich da halt durchschreiten durfte. Und das war es. Und irgendwann kam ich am Ende eines langen Tages an dieser Maurerberghütte, so hieß die halt an, gegenüber vom Peitlerkofel. Peitlerkofel ist so ein riesiger, signifikanter Berg in den Dolomiten. Du sitzt wirklich auf einer Bank. Vor dir ist eine Alm, die geht aber runter zu so einer Schlucht. Also Schlucht nennen sie es glaube ich selber nicht. Und da hinten dann so, weiß ich, lass es einen Kilometer weg sein, staucht ein riesiger, majestätischer Berg mit Schneespitzen auf, mit Steinen, mit schroffen Formen, als wenn du von der Wandtapete sitzt, aber die ist halt echt 360 Grad. Du guckst nicht mehr weg. Das wird nicht langweilig. Ich, Kaffee, Kuchen, Buchweizen, Holundersaft, an dem Tag 15 Kilometer gelaufen, habe ich dann gesehen irgendwie. Und der Blick war der absolute Wahnsinn. Das war mein erster Wandertag. Ich bin also wirklich von, aber es gab die Momente, wo ich dachte, ich habe keinen Bock, das ist mir alles zu, das ist wirklich anstrengend manchmal. Aber das Hoch ist toll. Und ich war dankbar, schon am ersten Tag. Mein erster Tag, glaube ich, vielleicht nicht ganz so anstrengend wie deiner, ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht in deinen Körper mich reinmorphen, um deinen Fitnessgrad zu fühlen. Und das ist gut so, mein Freund. Ja, ich möchte das auch nicht können. Also das wäre eine super Kraft, das wäre echt so ein Handicap für mich. Ich bin dann, habe es ja vorhin schon gesagt, den Meraner Höhenweg gelaufen. Und das ist so ein Weg. Du wolltest den immer gehen. Ich wollte den immer gehen. Es ging darum, welche Wege wir nehmen. Und der ersten Nachricht von mir, ich würde gerne den Meraner Höhenweg gehen. Ich so, was ist das? Ja. Aber du wusstest es schon. Ja, weil hier Meranliebe. Und ich bin schon mal unter dem Meraner Höhenweg gelaufen, als ich damals wirklich auch Reinhold Messner lustigerweise per Zufall getroffen habe. In der ersten Südtirol-Folge. Nach wie vor eine lustige Geschichte, mit der ich auch immer punkten kann. Auch hier in Südtirol. Außer bei Reinhold Messner. Außer bei Reinhold Messner. Grüße an Reinhold Messner. Wenn er uns hört, einfach anrufen. Wir kommen immer oben hier auf dem Schloss besuchen und machen mit ihm einen Podcast. Ernst gemeint, Reinhold. Meraner Höhenweg. Ich habe den von unten schon mal gesehen und ich habe lustigerweise an einer Position auf dem Meraner Höhenweg auch wieder auf dieses Schloss von Reinhold Messner geguckt. Von oben. Okay. Also ich habe von unten vor ein paar Jahren schon mal hochgeguckt und jetzt hatte ich so eine Blickbeziehung von oben wieder nach unten. Aber ich will vorne anfangen, um auch mal so zu erklären, was das für ein Weg ist. Es ist so ein Weg, den gibt es schon lange, seit der ist so Mitte der 80er angelegt worden. Und das ist, man muss da auch schon, ja, ist jetzt nicht so für Anfänger, also den ganzen Weg zu gehen. Man kann immer einzelne Etappen gehen. Das ist ganz cool. Deshalb für Wander, Hiker, Rinnen, die so neu anfangen, sind so einzelne Etappen immer ganz gut. Also diesen ganzen Weg zu gehen, da bist du schon, das sind schon so knapp 100 Kilometer. Das ist im Naturpark Texel Gruppe, so heißt das. Und ja, du musst schon so ein bisschen geübt sein, finde ich. Insgesamt fünf bis acht Tagesetappen, je nach Fitnessgrad. Also wie viel du so am Tag schaffst, diesen ganzen großen Rundweg. Ich habe jetzt in diesen zweieinhalb Tagen einfach zwei längere Etappen gemacht mit ein paar Abstechern dann immer noch und es ist halt ganz am Anfang, ich bin gestartet tatsächlich, wo du sagst, du bist ein touristischer, mit so einer Seilbahn bin ich hoch von Moran morgens zu einer Seilbahn, zur Texelbahn, heißt die, fährst du von Moran, kannst du mit dem Bus oder einem Taxi hinfahren, wie du willst und die erste Etappe ging vom Giggelberg, so heißt der, der Giggelberg, über die tausend Stufen Schlucht, davon hatte ich mal vor Jahren gelesen, bis hin nach Katharinenberg im Schnalztal. Ich habe gelernt auf diesem Meraner Höhenweg, dass diese Täler, also wo man herkommt, man sagt nicht unbedingt, ich bin aus dem, dem Ort, sondern ich bin aus dem Schnalztal. Das stimmt. Das hat Martin auch gemacht. Also die Leute sagen so, ich bin aus dem, dem Tal, habe ich heute in Bozen, habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die sagt, ja, ich bin aus dem, dem Tal. Ah, ja, weil ich kenne da den, den und so und so aus dem Tal. Also man kennt sich in den Tälern und wenn die Leute dann irgendwie nach Maraner oder Brutzen zum Arbeiten gehen oder so, man kennt sich in den Tälern. Das fand ich sehr, sehr lustig, ich hatte es so nicht auf dem Schirm. Und dann bin ich erstmal mit dieser Texelbahn von unten aus dem Tal hoch, dann quasi auf dem Gickelberg. Du hast erstmal alten Klischee at his best. Also Wiesen, Bergwiesen und jetzt gerade im Juni, man ist ja 2021, es war ja überall kalt, April und Mai war kalt, man ist ja so ein bisschen hinten dran mit dem Frühling. Und jetzt Mitte Juni 2021, wo wir zwei jetzt da sind, es blühte alles. Also Farben, Gelb, Blau, Weiß, unterschiedlichste. Du meinst die kleinen Blumen, ne? Ja, unterschiedlichste Formen. Wahnsinn. Also runde, dann so eckige, dann so ganz filigrane, so weiße, die fand ich ganz toll. Ich habe keine Ahnung von Flora und Fauna, aber so kleine weiße Blumen, die wie so Igel aussehen, wie so kleine Igel und Löwenzahn, natürlich so ein paar Klassiker, aber so Bergwiesenblumen in allen Farben. Ich habe so ein paar, ich liebe ja gelbe Wiesen, ich mag ja auch Raps, ne? Also so Rapsfelder, so gelbe Rapsfelder, finde ich ja super, könnte ich mich reinlegen. Und da hast du oben so ganze Bergwiesen, die ganz gelb sind, also gelb und grün mit dem blauen Himmel dazu und dann aber natürlich auch schon Berge und wenn du da oben bist, guckst du schon übers Tal. Also du bist ja oben und dann zieht sich da ein Tal entlang und es geht so relativ steil nach oben und gegenüber gehen die nächsten Berge hoch, der nächste Bergkamm. Und was dann spannend ist, finde ich da oben, diese Mischung aus diesem blauen Himmel, Wolken ziehen da durch, du hast von oben schon von 1500 Meter halt so einen Blick, unten sieht alles aus wie so Spielzeugautos, so unreal, weißt du, so blähmobil, als wäre, du siehst unten so Meran und diese ganzen Dörfer und auch so Industriegebiete, du siehst auch Hotels, wo du diese blauen Pools, dieses, dieses von Swimmingpools oder Schwimmbädern und wenn da die Sonne von oben drauf knallt und du 1500 Meter hoch, ich sieh das halt völlig auf wie im Computerspiel. Also das war erst mal da oben, ich stand da oben und erst mal so ein A und so ein O, wie schön ist das. Aussicht, also für Aussichtsfreaks ist diese Etappe vom Giegelberg nach Katharinenberg, also wer gern weit guckt und da so sich dann in diesem Ausblick verliert und sich da so Luftschlösser noch dazu baut und so, man wird so sehnsüchtig, man kriegt so eine, kennst du das, so eine, so weitsüchtig, so eine Sucht nach Ferne und nach Weite und man guckt und guckt und guckt und dann hat man diesen Schnee noch und sieht dann auch, wie gewaltig es da oben ist, ist das, was du erzählt hast, dann gehen so die Wälder, gehen so hoch, so ist es zwischendrin, die Almen, die Bauernhöfe, dann auch wieder die Wiesen, wo sie krass Heu gemacht haben und oben geht es dann die Baumgrenze zu Ende und da wird es dann auch dieses Schroffe, dieses Graue und dann kommt der Schnee dazu und manche in diese, auch in diese Berge, wenn es dann in diesen Schroffen senken, die dann so schattig sind, wo der Schnee halt noch auch bis ganz tief unten liegt, wo halt einfach keine Sonne hinkommt und du Mitte Juni halt noch relativ halt unten halt diesen Schnee siehst. Ich habe das, ich bin an Schneefeldern vorbeigelaufen, das war bei mir ja auch so, also kleinere. Bist du auch drüber gelaufen? Ich bin drüber gelaufen später noch. Okay, ja, das wird ein Bettel. Um jetzt schon mal zu spoilern. Ja, ich merke schon, aber das wurde mir auch erklärt, dieser, nicht Kontrast, aber dieses Zusammenspiel aus dieser wunderschönen Almwelt, wie gesagt, diese klischeebunten Blumenwiesen, die ich da ja auch hatte, vor allen Dingen gelb gerade, aber auch dieses ganze Rot, Blau, Wasser und Weiß, was da noch durchkam und diesen Gebirgsfront, das ist halt beispiel, das ist einfach charakteristisch für diese Gegend und ich kann dir dazu zustimmen und diese Weite, ja, also ich meine, es ist ja praktisch so, das wird bei dir vielleicht auch so gewesen, du kommst wirklich, also es klingt so bescheuert, aber du kommst wirklich, immer wenn dein Weg hochgeht, denkst du, das reicht schon, das ist schon die Belohnung. Also es ist ja nicht dieser räudige Weg, den du acht Stunden beschreitest, um irgendwo hinzukommen, sondern der Weg ist halt das Ziel, aber er macht es dir auch so unglaublich leicht, weil es so pittoresk ist, um es mal so auszudrücken. Und auf dem Weg ist es jetzt auf dem Maraner Höhenweg, ist es so, es ist viel bergauf, bergab, ne, Wiesen und dann geht's wieder runter und dann geht's aber, das find ich toll, grad beim Sonnenwetter, schattige Wäldchen, auch wieder ganz viele, diese Lärchenwälder. Ich bin mittlerweile großer Fan von Lärchenwäldern, weil der Vorteil des Lärchenwaldes ist, die Lärche lässt ja einfach ein bisschen Licht durch und unten auf dem Boden ist dann nicht wie in so einem Fichtenwald, ist es da irgendwie so braun und da sind halt die quasi die alten Nadeln und da wächst fast nix, weil da saurer Boden ist, sondern da ist überall Fahm, überall auch grün, ne, also der Wald ist am Boden grün und oben grün und überall kommt immer so, kommen so die Sonnenstrahlen durch diese Lärchen durch. Und dieses Auf und Ab ist dann sehr typisch für diese erste Etappe, weil wir kommen zu dieser 1000-Stufen-Schlucht. und diese 1000-Stufen-Schlucht, das sind nicht ganz 1000-Stufen, die ist da rein, es sind 900 noch was, 980, aber es klingt natürlich besser, eine 1000-Stufen-Schlucht und da sind halt wirklich, also der Weg ist gebaut dadurch, also wirklich so, da sind so Stufen in den Fels reingehauen oder noch Steine reingelegt, ist mittlerweile so ein bisschen abgekürzt und ein paar Stufen kannst du abkürzen, stehe ich total drauf, Hängebrücke. über die Schlucht drüber, unten Wasser, es rauscht, stell dir vor, also auf diesem Weg rauscht es fast immer, du hörst immer irgendeinen Fluss und dann gehst du da drüber, es wackelt so ein bisschen, ich finde das ja toll, hat sowas Indiana Jones-mäßig, finde ich immer so diese Brücken, so ein bisschen Abenteuer, ist völlig easy, also ist schon, also wenn man Höhenangst hat, guck nicht nach unten, sondern einfach nach vorne oder du kannst auch ganz runtergehen in die Schlucht und die ganzen Stufen laufen, aber das geht schon auf die Bene, sag ich mal, so tausend Stufen runter und hoch, die Belohnung ist natürlich auf diesen Wegen alle paar Meter, also wenn, gerade tun dir die Beine weh und dann siehst du halt einen Wasserfall und dann tun dir die Beine halt nicht mehr weh und das rauscht von oben das Wasser runter, du kannst ganz nah dran, also du kannst den Arm drunter halten, so ans Wasser und ich finde es ja ganz immer toll, wenn man so ein bisschen, man kann sich nicht ganz drunter stellen, aber wenn du dich als du da vorstellst und du bist gerade schön verschwitzt und hast gerade was geleistet und dann kommt wie diese natürliche Befeuchtungsanlage, weißt du, es gibt ja irgendwie so Hotels, so in südlichen Ländern gibt es ja so Hotels oder Cafés, da wird so Wasser versprüht so die ganze Zeit und das ist halt diese natürliche Befeuchtungserfrischungsanlage, zwei Minuten da, coole Bilder, Indiana Jones Bilder, in richtigen Wanderschuhen, ich verrate es jetzt, ich hatte keine Flipflops an, ich hatte wie du richtige Wanderschuhe an, brauchst du auch den Weg, also Trekking-Schuhe gehen auch, aber ich glaube mit so richtigen Boots bist du einfach trittsicherer, weil du auf den Wegen auch schon mal über Geröll kommst und da wo Lawinen runtergekommen sind, dazu aber später mehr, das war mehr auf meiner zweiten Etappe und wie du auch das gemacht hast, man läuft so von Hütte zu Hütte und da habe ich gleich mal Mittagspause gemacht auf einem Hof und das war der Pirchhof, man sagt dazu Jause, mittags ist das eine Jause, glaube ich, so habe ich es verstanden. Ja, das habe ich auch mal gehört. Also ich bin ja Pfälzer und manchmal diesen Südtiroler Dialekt, so manches kriege ich mit und irgendwie war es die Jause und ja, erst mal ganz, ganz auf dem Pirchhof, sehr traditionell, erst mal schön Knödel auf grünen Salat. Ich habe auch gelernt, wie man Knödel, die Knödel, wie man die richtig isst, Ja, du musst sie zerreißen. Zerreißen, du weißt das. Ich habe das gelernt. Du bist ja der Knödelfachmann, unser Knödel-Experte, Jochen Schiemann, warst du das natürlich. Ich habe das gelernt, weil ich habe natürlich erst mal so ganz fein, ich esse ja mit Messer in Gabel in der Regel und habe erst mal so gehört, ich wüsste nur und ich hatte echt Hunger. Das ganze Dorf gekommen mit Forken und Fackeln dann. Ja, die hätten mich fast des Landes verwiesen und habe dann erst mal zwei Knödel auf grünen Salat gegessen, herrlich und direkt einen Kaiserschmarrn hinterher. Ich sage, hier, zweiter Tag, ich muss natürlich einen Kaiserschmarrn essen. Und da muss man auch einfach prophylaktisch, muss man schon mal Energie aufbauen, die man dann vielleicht irgendwann mal verbraucht. Ja, und das ist ja, und das kommt ja dir auch sehr entgegen, Wandern ist ja immer Belohnungsprinzip. Voll. Also du machst was und ich finde das ja auch diese körperliche Anstrengung zwischendurch, ich finde die auch ganz cool, weil ich weiß, es geht jetzt nicht zwölf Stunden so. Also da finde ich, ja, ich bin ja auch schneller als du. Der Kampf gegen den eigenen Körper finde ich dann so phasenweise echt so ganz nett, weil ich ja weiß, es ist gleich vorbei und dann kommt entweder auf dem Weg eine tolle Aussicht, ein Wasserfall oder halt so ein Hof. Und der Hof, den kann ich ja nur empfehlen, deshalb, der sieht so urig aus, als wäre, wenn du da hinkommst, der Eingang zum Hof, wo die Ställe sind, die direkt an der Klippe runter zum Tal, das ist wie eine Zeitreise. Die haben den Hof teilweise so gelassen und immer wieder modernisiert, haben ja dieses Leichenholz auch dann, um den Hof zu bauen, der da, wenn die neu was bauen, ist dieses Leichenholz immer ganz, ganz hell und über die Zeit verwittert das und das wird dann dieses dunkelbraune, schwarze Holz. Ja, das wurde mir auch erklärt, der das ist, wird zum Teil, verbrennt das sogar, also durch die Sonne. Ja. Und das ist interessant, die machen da auch nicht viel mit. Ich meine so, womit lackt der das denn hier so? Nee, wird nicht. Da wird gar nichts gemacht, das sieht einfach so aus. Ja. Und weil das so ein gutes Holz ist, hält das auch, hunderte von Jahren und deshalb ganz toll und von da geht es dann wieder noch, dann musst du nochmal hoch, ne, also das ist immer so, diese Etappe ist immer, ist nicht ganz so hoch, ständig so über 2000, aber es wechselt immer so, die Höhenmeter. Du machst ganz schön Höhenmeter, also du hast dann ordentlich was geschafft und ich bin dann gelandet auf dem nächsten Hoch, auch wieder so ein ganz, ganz uriger Hof, wo ich dachte, da könntest du, wenn du einen Film drehst über die Alpen im Mittelalter, ne, dann musst du da hin. Montferrat hieß der und Bauersfamilie, ich war mitten, waren nur zwei Gäste da, noch eine Frau mit dem Hund, Jessica habe ich kennengelernt, mit Naila, dem Hund, die ist wirklich mit dem Hund gewandert, also man kann da auch, sind viele Leute, habe ich getroffen, mit dem Hund wandern. Der Hund hat sein eigenes Fressen hinten auf dem Rücken gehabt und wir zwei saßen dann bei dieser Familie und im Garten, haben in dieses Tal abends geguckt, haben leckeres Essen gekriegt, Brotsuppe, auch mit einem Salat und alles vom Hof, so ein Biohof, ich weiß nicht, wie viele Kinder und die tournten dann auch mit auf uns rum, das fand ich dann auch toll, du hast so eine Familienanbindung gehabt mit ganz, ganz netten Leuten, vielen Dank an diese Familie, das war mein erster Tag und ich hatte Glück, weil bei mir war es warm, ich konnte so mit einer bisschen dickeren Jacke, die ich herbei hatte, bis so halb elf abends draußen sitzen und Zirpen hören, ins Talreihen horchen, überall diese Kuhglocken, klung, 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 klung. Ja, die Kuhglocken, das ist immer ganz lustig, dass die, die kündigen auch immer eine Alm an, also bei mir war es so, wenn ich irgendwie einen harten Aufstieg hatte oder halt einen harten Abstieg, ich war es fast noch ätzend, aber irgendwann hörst du so, also ich kann das nicht nachmachen, aber dieses blecherne Glocken. Das ist eigentlich wie bei Jogis, so eine Klangschale, weißt du, ich habe einen Wanderer getroffen, der hat mich kurz unterhalten, so ein Typ aus Stuttgart, der hat auch gefragt, wie lang ist noch, das finde ich das Schöne beim Wandern, es kommen dir manchmal Leute entgegen oder du überholst Leute und kommst ins Gespräch, die fragen, wie lang ist es noch, was hast du da, wie seid ihr unterwegs und der gesagt hat, hier mit diesen Kuhglocken, stell dir vor, da hast du immer so eine Glocke umgehalten den ganzen Tag und ich dachte dann, diese Jogis, diese Joggleute haben ja auch diese Klangschalen und vielleicht kommen diese Kühe, vielleicht sind die auch so entspannt, weil die die ganze Zeit halt irgendwie in ihrer Meditation sind. Das sind so Gedanken, die man dann hat, wenn man acht Stunden am Tag gerade ausgeht. Ja. Aber gut. Und ich habe da neun Stunden drüber nachgedacht, in diesen acht Stunden. Ding, ding, hallo. Hauf dir doch mal so eine Glocke und häng dir die um auf der nächsten Tour oder so. Mal gucken, was passiert. Ich kippe da gleich auf die Glocke, ich mache so eine ganze Podcast-Folge, wo ich so ein Glöckchen um den Hals habe. Und dann bin ich mal gespannt, ob das jemand schafft, bis zu Ende zu hören. Das mich dann ersetzt. Ja, nee, also gut, zweiter Tag. Erstmal, wie still es ist. Wir haben ja, glaube ich, beide geschlafen wie Steine, weil wir uns körperlich eingeschränkt haben. Du schläfst so wie ein Baby und trinkst dann abends zwei Hefeweizen, habe ich getrunken. Oder nicht. Und bam. Ja, genau. Und du schläfst vor allem meistens in Holz, also in Holzzimmern, in Holzhütten. Das heißt, es ist ja auch erstmal wunderschön, auch wie lange das die Wärme speichert und einfach ein wunderschönes Gefühl, in einem Holzgebäude zu schlafen. Wie still es ist, ich habe dann 4.15 Uhr gehen aktuell die Sonne auf, so ungefähr hier, habe ich dann nachgeguckt, beziehungsweise ich habe es dann gemerkt, als ich dann kurz um 4.10 Uhr mal so wach wurde. Nee, nein, das stimmt nicht. Sie war schon da. Es muss 4.25 Uhr oder so gewesen sein. Aber es war halt dieses klassische orangene Sonnenaufgangslicht, was halt diesen, ich sitze ja immer noch vor diesem, oder ich penne ja immer noch in dieser Hütte vor diesem riesigen Bergmassiv, auf das ich genau rauf gucke. Und er guckte dann so aus dem Fenster und sah das so. Auch das so. Du siehst, also kurz mal hoch irgendwie aufrichten, angucken, denkst du, mein Gott, wirfst dich wieder zurück. Das war auf diesem Montferdhof, wo ich eben war. Morgens, du machst dieses Fensterchen auf, dieses kleine Fensterchen, guckst über die Geranien und hast erstmal diesen Ausblick morgens. Ja. Ja, fantastisch. Und dann wird dir wieder klar, wo du bist und da auch so viel Platz ist da und da nicht viele Menschen sind und natürlich nichts bebaut ist, außer von der Hütte, hast du meistens auch einen fantastischen Blick. Gut, erstes Signal von meinem Körper morgens, okay, jetzt könnte der Muskelkader kommen, zweites Signal von mir, geht gar nicht, weil es geht ja schon wieder los. Ich habe keine Zeit für Muskelkader. Das war das Spiel. Du musst schneller sein als der Muskelkader. Und der Martin hatte mir dann erstmal gezeigt, wo wir am nächsten Tag hingehen. Oder nicht an diesem, sondern an dem Tag, an dem Morgen halt losgehen. Und das waren immer die unglaublichsten Momente an diesen paar Tagen, als er mir dann zeigte, siehst du da hinten am Horizont, links ist was. Ich so, ja, gehen wir da hin, was schon für mich völlig unmöglich schien. Nee, nee, dahinter ist noch was und dann da ist noch so ein grüner Punkt. Ich so, ja, das ist die so und so allen, da gehen wir hin. Ich so, Digga, das wird nicht funktionieren. Aber das täuscht, das sieht so weit weg aus. Man macht ja dann doch viele Meter. Ich finde, Jochen, guck mehr zurück. Ich habe immer so am Abend zurückgeguckt, wo ich hergelaufen bin. Weißt du? Also wo die Punkte waren, wo ich gestartet bin. Es gibt ein besseres Gefühl. Ich habe mich auch nicht, ich habe mich nur kurz schlecht gefühlt. Ich dachte nur, wie soll das funktionieren? Aber wir haben uns sehr schnell gefunden, auch vom Tempo her und so. Und er hat mir dann auch auf dem Weg dann erstmal, es ging natürlich, weil ich Muskelkater hatte, hat man sich einfach entschieden, das Schicksal, dass ich erstmal eine Stunde bergab laufen muss. Was die Hölle ist mit Muskelkater? Und dann hat er mir auf den Weg da runter. Meistens bei Aufstiegen hat er mich ja mal Sachen gefragt. Ich so, Typ, ich kann kaum atmen. Höhenluft, Aufstieg, frag mich nicht immer, wenn wir irgendwo hochgehen und irgendwelche Sachen. Egal. Beim Runtergehen am Morgen hat er mir dann erklärt, die drei Lügen eines Bergführers, zumindest in seiner Wahrnehmung. Er ist dann, na, ist nicht so weit. Ist nicht so weit. Zweite Lüge, nee, das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Und die dritte ist dann so, ich war heute wieder richtig gut. Also als Bergführer. Ich erweitere das. Es gibt eine große Lüge über Bergführer, also das sage ich jetzt alles mit dem Augenzüger, weil der Mann ist fantastisch. Er hat mich auch bestätigt, dass es generell so ist. Dauert nur noch 20 Minuten. Das ist die größte Lüge, die ich jemals gehört habe im Leben. Wirklich, jedes Mal. Ich trinke gerade einen Schluck Wasser, du kannst es aussehen. Aber auch nicht 10. Immer 20. Und es stimmt nie. Oder ich kenne Abkürzung, Weltklasse. Was sind das für Abkürzungen? Also das war so kurz vor, also Steilklettern sozusagen. Aber immer lohnt es dir, weil du immer tolle Sachen gesehen hast. Und sag niemals, Michael, also du wirst es wahrscheinlich auch gedacht haben oder schon mal die Erfahrung gemacht haben, sag niemals im Laufe eines Tages oder am Ende des Tages, das war jetzt nicht so schwer. Weil dann zündet er richtig, Alter. Das nur nebenbei. Ich bin runtergegangen, durch Wälder, ich habe die einzige Straße in drei Tagen durchkreuzt. Also sonst haben wir wirklich überhaupt keine Zivilisation gesehen, weil wir wirklich weit weg von Menschen waren. Das ist, glaube ich, anders als bei dir, weil wir wirklich gefühlt fast im Nichts anfangen. Ich habe fast keine Menschen getroffen. Und du gehst über diese Straße rüber und ich sage das so genauer, weil du halt wirklich 50 Meter davon entfernt sitzt du halt vor diesem Bergmassiv, von dem ich schon sprach. Da steht eine Bank, da setzt du dich drauf und guckst und denkst so, wenn ich hier in meinem Leben einmal Erdkunde- oder Geologieunterricht gehabt hätte, ich hätte alles verstanden. Ich habe, glaube ich, sämtliche Erdschichten der Welt gesehen. Also du redest von den Wäldern, die unten an den Füßen der Berge sind, die irgendwann aufhören, dann so Sediment oder halt so Schotterpisten sozusagen, die so rausbrechen aus den Bergen, wo das kleine Geröll so runterfließt. Und dann kommt was Rotes, dann kommt was Weißes, dann kommt was Schwarzes, dann kommen die Spitzen. Das ist ein Gemälde. Ich hätte da stundenlang sitzen können. Nicht wegen der körperlichen Erschlaffung, sondern einfach nur, weil es so wahnsinnig spektakulär war. Das ist wirklich ein Gemälde. Du kannst dich da stundenlang, kannst du dir das angucken. Wunderschön. Und das ist, ich rede ja nicht von Kunst, ich rede von der Realität. Genau, Natur. Das ist alles. Das ist einfach Wissenschaft. Also nicht Wissenschaft erklärt das, das ist Natur. Das sind Fakten, die vor einem sind. Und es ist malerischer, schöner und schöngeistiger was man sonst so erleben kann, finde ich. Wir sind dann letztlich aufgestiegen. Das war dann wieder anstrengend hoch und sind dann am Fuße des Peitlerkofels, so hieß der ja, oder so heißt der immer noch, den gibt es ja noch, sind wir an dieser Gebirgskette, sind wir sozusagen, oder an diesem Riesenberg, sind wir halt entlang gegangen. Wirklich am Fuße des Berges die ganze Zeit am Bergein lang. Rechts war er. Dann halt wieder Schotterpisten, Wälder, sind irgendwann hoch, wieder auf so eine Alm raufgegangen und haben da halt in der Sonne uns, also wirklich die Bilderbuchalben wieder in der Sonne uns hingelicht, haben Pause gemacht. Irgendwie dann kam eine Hütte, ich, zweieinhalb Liter Holundersaft, die beste Pasta der Reise gegessen, selbstgemachte Pasta auf einer Hütte mit Spinat, Rekorder. Du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Erstens, wie kriegen die das hier hin? Zweitens, warum kostet das so wenig? Und drittens, danke. Und dann halt auch noch, du darfst das alles essen, weil du verbrennst ja sowieso wieder. Ich mache den Tag ein bisschen kürzer, damit wir vorankommen, aber das geht halt in diesem Wechsel immer so weiter. Du gehst, also wir waren jetzt um diesen Berg rum, sind dann hinter dem Berg hoch, auf eine ganz große Höhe, haben da eine neue Gebirgskette gesehen, also eine riesige, eine ganze Gebirgswelt, die sich wieder öffnet. Das sah dann wirklich aus wie Mordor zu unserer Linken und rechts war dann der Peitlerkofel, den wir ein bisschen höher dann hatten zu unserer Rechten. Dann kamen wir zu einer Alm wieder, da hat man eine Kreuzotter an seinen Weg gekreuzt, wir haben ein paar Vögel gesehen, diese ganzen Blumen, ich habe versucht, die auch so ein bisschen zu fotografieren. Wir haben Murmeltierlöcher gesehen. Hast du auch ein Murmeltier gesehen? Nee. Ich habe auch nur Löcher gesehen, aber kein Murmeltier. Die sind wohl recht scheu. Ja, also das, ich habe in meinem Leben so immer wieder auf Murmeltiere auch versucht zu starren, auf diese Löcher und man hat meistens Pech. Ja, die haben wohl nicht so, also kann man ja auch verstehen. Die haben nicht so Bock auf uns. Nee, kann man ja auch verstehen. Also ich war definitiv das unattraktivste in deinem gesamten Umfeld. Also wie dem auch sei, ich bin dann halt, also hatte wieder einen wundervollen Tag in diesem Wechsel, zwischen Natur, zwischen schroffer Bergwelt und spektakulärer Szenerie. Auch wieder viel Gedanken über einen selbst. Der Weg ist das Ziel. Was durchfließt einen? Auch dieses meditative Wandern, weil du irgendwann tut es einfach weh und dann machst du gerne weiter. Also das ist bei mir tatsächlich auch so und gehst halt diesen Weg zu Ende und kommst irgendwann wieder bei einer Hütte raus. Die hieß dann Schlüterhütte. Schlüterhütte war auch sehr schön. Also es wurde immer rustikaler von den Hütten. Also von dieser schicken Hütte, der ersten, der zweiten dann, die zweite dann so ein bisschen einfacher. Das Wort hatten wir noch vorhin schon gefunden und jetzt wirklich relativ rustikal, aber völlig okay. Aber halt einfach Waschräume für alle zusammen, eine Dusche mit drei Euro für fünf Minuten warmes Wasser. Also klassische Hütte, wo einfach Leute kurz stoppen und irgendwie was machen, was essen und so weiter. Und da kam ich dann an und hab dann noch zwei Sachen erlebt. Nämlich erstens saß da, auf einmal war Günther da. Ach Günther. Günther war, stell dir jetzt einen Südtiroler vor, also ohne dass du hier warst. Günther war 50, aber halt schon so einen großen grauen Bart. So eine klassische, das ist jetzt nicht böse gemeint, ich glaub nur alle da draußen in Deutschland wissen, was ich sage, Seppelhut auf. So ein Tiroler Hut. So ein Tiroler Hut. Lederhose. Wo mein Albener Günther. Ich kann's ja nicht nachmachen. Weißt du? Du machst es schon sehr gut. Mach einfach weiter. Ich genieße es. Ich trinke ja nicht viel Alkohol. Ich natürlich völlig fertig von der Etappe nach oben, hier in die Gemeinschaftsdusche, irgendwie in den fünf Minuten warmes Wasser, völlig fertig. Und dann aber halt schön, dieser schöne Moment, wenn du so runterkommst und sauber bist, geh runter, sitz Günther da, redet mit mir. Ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich hab die Hälfte verstanden, aber alles Wichtige hab ich verstanden. Also es liegt einfach an seinem Dialekt und auch an meinem Norddeutsch. Das war für ihn auch schwer. Und ich hab innerhalb von zehn Minuten hab ich zwei Radler und einen Enzian-Schnaps getrunken. Du weißt, was das bei mir heißt. Vor dem Essen. Game over. Ja. Es war Game Start. Also mir ging's dann auch relativ gut. Wir saßen draußen, haben uns da über Gott und die Welt auch wieder ein Mensch, der Koch war, der Lebensmittellabor gearbeitet, sonst was, zurückzukommen, Schäfer autark zu leben, Ziegen, Schafe, macht jetzt ein paar Touren für Touris. Meldet euch, wenn ihr mal was von dem wissen wollt. Der macht einfach tolle Sachen und es war einfach ein super Gespräch. Das war der Tag. Dann kam Gewitter und damit endet dieser Tag. 20 Minuten Gewitter. Ich hab nichts mehr gesehen. Also wir waren in der Hütte, wir waren in den Wolken. Nur noch Blitze. Wenn die Wolken blitzen, weil du in den Wolken bist, Donner, wahnsinniger Regen, nach 20 bis 30 Minuten alles vorbei, Wolken wieder weg, alles klar. Das war der Tag. Mein nächster Tag startete mit Wiedergeräuschen und zwar Vögeln. Ah ja. Morgens, da bin ich los an diesem Montferthof und da gehst du dir erstmal so so einen Hang entlang. Auch schon wieder Wiesen, es geht auf und ab und da gehst du Richtung Vossental, heißt das. und da war was los. Also erstmal, da war auch nicht, es können noch nicht viele Leute auch so wirklich auf diesem Pfad entlang gegangen sein in den letzten Tagen, weil die Wiese war, also ich bin ja relativ groß, also das Gras und das, und alles, die ganzen Sträucher waren, gingen mir über die Knie und überall waren Vögel. Die gingen an diesem Morgen mega ab. Also zum Geräusch, was mich permanent begleitet hatte, dieses schöne Rauschen von Bächen, den Kuhglocken, kam halt ein grandioses Vogelgezwitscher dazu, weil da noch nicht so viele Leute waren und wenn Vogelgezwitscher ist, heißt es ja, wir genießen das, aber meistens sind es ja Warnungen, weil die Vögel sagen, da kommt eben so ein Almeö. Das war toll und du hast eben dieses Meditative gesagt und das finde ich am Wandern und gerade wenn du dann auch noch das Glück hast, dass du so im Schönen wandern kannst, du kannst ja überall wandern, ich bin auch schon um Köln gelaufen in der Pandemie, den Köln-Pfad kann man auch mal machen, ist sehr interessant, man lernt die Stadt nochmal neu kennen, aber sorry Köln ist halt nicht so schön wie irgendwo in Bergen oder in den Alpen und gerade dieses Meditative, wenn du da mal so tief reinkommst und du fängst manchmal so, du kommst da runter, also ich komm beim Wandern irgendwann runter, weil du musst dich auf deinen Körper konzentrieren und dann kam dazu noch der Punkt, dass irgendwann da so ein altes Schild war und ich hab's als altes Schild interpretiert, dass man, wenn man noch ein Telefongespräch machen sollte, dann sollte man das jetzt machen, weil danach im Tal, in diesem Vossental, wäre kein Handynetz und ich so, Leute, wir haben 20, 21, das ist wahrscheinlich ein altes Schild, irgendwie, irgendwo wird doch da nett sein, da sind ja auch Hütten und die werden auch ein Netz haben. Jo, das Schild hatte recht. Ab dem Moment, nachdem ich so ein paar Hänge runter bin und wieder rauf bin, über Gröll gewandert bin, Mediativ war, kurz diese Erinnerung hatte, ja, es gibt ja ein Handy, aber das ab jetzt angeblich nicht mehr gehen sollte, war ich auf 24 Stunden kein Netz und das ist das, was mittlerweile, wenn man das dann realisiert hat, man glaubt es ja erstmal gar nicht, man guckt ja, ich habe Bilder gemacht mit dem Handy dann und man guckt ja immer wieder drauf, tatsächlich kein Netz, kann ja nicht sein, mach es wieder und beim siebten, achten Mal, wo du das Smartphone dann rausholst und dann glaubst es halt, okay, hier ist kein Netz, hier ist erstmal dafür nichts mehr zu holen und da kommst du noch tatsächlich noch mehr ins Meditativ, weil auf einmal alles so wegfällt, du kannst ja jetzt auch nichts machen, du kannst, wenn irgendwo noch eine Mail kommt oder so, wir sind ja mittlerweile selbst im Urlaub oder auf Wandern oder auf Reisen, beantwortest ja nochmal Mails oder kommt eine WhatsApp oder ein Signal oder ein Telegram oder was auch immer, man ist ja immer on und ich war off und durch das Off dann ganz anders on und bin dann auch geklettert, geklettert, geklettert Richtung Eishöfe, Richtung Eishof auf über 2000 Meter und da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, weil da siehst du dann gehen schon, hast du links und rechts gesehen, wo jetzt im Winter die Lawinen runter sind und da hast du so richtig so Geröll-Lawinen, also die dann Schnee mit runtergerissen hat oben von Bergen und da musst du schon ein bisschen aufpassen, also da wird es abenteuerlich, trittfest sein, gucken wie du langläufst, ob der Stein, auf den du trittst, ob der auch wirklich hält, mir macht das ja Spaß, weil das dann wieder so ein bisschen klettern halt, du musst dich auch mal festhalten, du musst mal über was Großes drüber und man sollte halt auch ein bisschen aufpassen, links und rechts, immer mal wieder links und rechts hoch gucken, ob da nicht noch was rüberkommt, weil ich bin dann auch über Schnee gelaufen, also da war auch wieder in so einer Senke drin, bin ich dann halt im Juni, was für uns, was für die Leute da ganz normal ist, aber für uns, ich wollte es einmal im Podcast sagen, Flachland-Tiroler, endlich mal wieder ein cooles, geiles, hippes Wort gesagt, Grüße an Prenzlauer Berg, bin ich dann halt durch Schnee gestapft, nicht lange, aber ich finde, es ist ein tolles Gefühl und es kommt zur Abwechslung und dann ging es Richtung Eishof und der Eishof, was du jetzt eben erzählt hast, ist so eine Mischung aus allem, erst mal, du läufst auch wieder durch diese Felder, du läufst durch diese Herr-der-Ringe-Wäldchen, diese Larchen, da stehen halt so riesige Felsen, ich habe dann die Alpenrose gesehen, überall hängen Alpenrose, rot, die gehen jetzt langsam auf, die gehen jetzt auf, das ist jetzt so die Zeit, du hast das, du hast oben, ganz oben, das ist irgendwie eine tiefe Schlucht und es geht dann richtig hoch, so links und rechts, habe ich, glaube ich, entweder sowas wie Gamsen oder Steinböcke gesehen, so fünf, sechs, habe ich auch mal auf so einem Schneefeld gehalten. Ja, ich habe dann versucht, mit dem Handy so ranzuzoomen mit Fotos, ob ich es erkennen kann, aber es war jetzt zu hoch für Ziegen oder irgendwie oder für Kühe, die sich da hoch verirrt haben. Weil die Kühe waren ja auch links und rechts. Das Schöne ist, auf dem Weg Richtung Eishof, das sind dann noch die letzten anderthalb Stunden und ich weiß das so genau, weil man kommt irgendwann aus diesen Hängen, kommt man auch wieder auf eine Straße Richtung Zivilisation, man kann zu diesem Eishof, muss man nicht unbedingt lange hinwandern, so wie ich, sondern man kann auch mit dem Auto hinfahren, also nicht direkt zum Eishof und von einem Parkplatz, kann man dann so eine Stunde, anderthalb dorthin wandern. Und das ist dann ein Weg, das ist so ein einfacher Forstweg, da kann man auch keine Kinder mitnehmen und einen Hund mitnehmen, da geht es auch mal hoch, wird es auch mal zornig, wenn man vorher schon drei, vier Stunden oder fünf gelaufen ist. Aber das ist ein total wunderschöner Weg, der sieht aus wie für Disney gemacht. Du kommst aus dem Guck nicht raus, sind ganz viele Höfe, auch auf dem Weg, du kannst schon vorher, wenn du willst, einkehren, also bis zum Eishof kommst, kannst du auch, keine Ahnung, schon vier oder fünfmal eine vierte Mahlzeit machen, also oder Mittagessen, also das ist dann schon ein bisschen touristischer da, aber dann der Eishof, ganz oben, ist so der letzte Hof, bevor es dann richtig hoch alpin geht, weil du guckst dann oben auf die hohe Weiße, die hat so 3200 Meter und das ist so so helles, kalkiges Gestein und dann Schnee, 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 Schnee und dann geht auch wieder so ein Fluss entlang, so ganz viel Geröll, ich bin da hingelaufen, überall Kühe, Ziegen, es ist so ein, weißt du, du läufst, 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 läufst du durch die Wellchen, du bist an der Alpenrose vorbei, hast diese Tiere gesehen, die ganze Zeit wieder das Rauschen und dann geht es über so einen kleinen Hügel und dann siehst du diesen Hof und der sieht halt wie gemalt aus, also da von der, jeder macht da ein Bild, jeder hält da kurz an und macht da ein Bild, Sonnenaufgang habe ich heute Morgen erlebt da, wo wir jetzt reden, mache auch wieder, von dieser urigen Hütte die Balkontür auf und guckst so links ums Eck und dann kommt die Sonne hinterm Berg hervor und du hast noch dieses Raureif auf diesen ganzen Wiesen und da wird es dann gestern, gestern Abend, wo es dann nach oben auch dann kalt, ich war über 2000 Meter, also sitze nicht mehr mit kurzen Hosen und T-Shirt draußen und der Eishof ist ein Ort, wo auch tagsüber so Tagestouristen hinkommen, Wanderer hinkommen, weil junge Leute, Uli und sein Team und Simone in der Küche, also Simone und Uli und Anna Maria sind, das waren so die drei, die ich da so kennengelernt habe oder so erlebt habe da, mit denen ich dann auch so ein bisschen gesprochen habe, alle so Leute zwischen 30 und 40, die auch alle mal in der Welt waren und da gelandet sind, also der Uli kommt glaube ich auch daher, die anderen nicht unbedingt, Simone ist glaube ich auch aus Südtirol und wenn Liebe durch den Magen geht und Simone ist die Küchenchefin, dann stehen glaube ich Männer wie Frauen Schlange, weil was Simone da hinzaubert und backt, sind alles, was die im Kopf hat, ist schon die traditionellen Sachen machen, aber dem immer die Schraube ein, zwei, dreimal weiter drehen, ich habe dort einen Kaiserschmarrn gegessen mit so frittierten Äpfeln, auch alles da, auch alles Bio, alles da vom Hof, Hammer, es gibt, wer gerne Fleisch isst, da ist auch ein Bauernhof nebendran, also du hast diesen Eishof, diese Hütte mit Mehrbettzimmern und so ein Bad, halt auch wieder ganz urich, die Küche ist offen, du kannst da reingucken und nebendran ist halt der Kuhstall und da stehen halt die Kühe auf der Weide und was total super war, ich kam da irgendwie mittags an, habe noch so ein spätes Essen gehabt, das dann in die vierte Mahlzeit überging und wusste, ich muss nicht mehr so langweil, habe dann auch so ein paar Stech-Spaziergänge von da gemacht, immer so eine Stunde dahin, eine Stunde dahin am Nachmittag und wenn dann die ganzen Leute vom Tag dann wieder zurückgewandert sind und dann nur noch die fünf, sechs Leute da sind, die halt da übernachten, plus die Leute, die halt da arbeiten und da wohnen, neben auf dem Hof, dann kommt nochmal so eine ganz spezielle Atmosphäre und das ist diese Hüttenatmosphäre, was du eben gesagt hast, wo du dann trifft man dann Günther oder irgendwelche Leute, dann sitzen dann halt in der Stube und draußen halt, da waren Leute aus Thüringen, da waren Leute aus Sachsen, da waren Leute aus Hessen, da waren Leute aus Schwaben und ich und du kommst halt ins Gespräch und die Gespräche fangen natürlich bei so Wanderern immer an, ja, wo gehst du denn hin, wo kommst du denn her und dann lernst du dich aber so ein bisschen kennen, tauschst dich aus und das finde ich das Tolle am Wandern, abends sind alle gleich fertig, du brauchst diesen Luxus halt auch nicht von einem normalen Hotel, weil alle irgendwie so ein bisschen in Schlabber oder halt in so Funktionsklamotten, ich bin ja so der Typ, keine Funktionsklamotten, eher so nicht adäquat auf dem Berg, jetzt nicht in Flipflops, wie du immer sagst, wie ich rumlaufe, aber ich habe die Schuhe an, aber ich habe ganz normale Sachen an auf dem Berg immer und dann triffst du dich abends und genießt halt dieses Essen und da gab es ja so ein Dreigangmenü abends, was Simone dahin gezaubert hat, Hammer, das war halt dann Gnocchi, aber halt ganz andere Gnocchi, dann Spinat, Gnocchi und noch ein geiles Pesto dazu und vor allem dann auch so Knödel, Marillenknödel und mit Erdbeeren gefüllt, noch mit einem Erdbeersorbet dazu und dann noch ganz feine Schnäpse und was die da halt so machen, die haben dann halt irgendwie Leute, die sie kennen, so mit kleinen Brennereien, kleine Höfe und das Gesamtkonzept ist einfach super und das ist unfassbar urig da oben und das macht so dieses Urriche mit diesem bisschen Modernen, da lief dann halt, keine Ahnung, du kamst so morgens so zum Frühstück, Frühstück zwischen sieben und acht, da ist jetzt nicht Buffet, so zweieinhalb Stunden, so ein Tütenstyle, aber läuft halt Sexmaschine und Queen aus der Küche, läuft halt einfach laut Musik und dann wird gekocht und gemacht und alle nette Leute da oben und das habe ich auf allen Hütten und wo ich war und wo ich mal Mittagessen war oder irgendwie vierte Mahlzeit genossen habe, was uns ja zusteht, weil wir sind ja die offiziellen weltweiten Vertreter der vierten Mahlzeit. Botschafter. Botschafter. Überall gute Laune und ich finde die Südtiroler, ob das jetzt mehr so die italienischen oder die deutschsprachigen sind, die haben ja so eine schroffe Herzigkeit, die ich sehr, sehr mag. Gutes Herz, sehr direkt. Sagen die auch direkt, was ist oder wie bei deinem Martin, lügen die halt einfach an, weil sie wissen, du fällst drauf rein und dann haben die Beine Motivation und laufen noch ein Stückchen. Der Martin hat nicht gelungen. Noch 20 Minuten laufen. Ich glaube, er sitzt gerade zu Hause und sagt, da war ein Typ, der hat immer wieder gefragt, wie lange es dauert. Er hat immer wieder gesagt, das sind doch 19 Minuten, nicht 20. Das war ich dann so. Aber egal, soll ich mal meinen dritten Tag noch kurz hier machen? Bevor wir zu Schokolade kommen? Genau, deshalb, ich würde mal so, nein, aber letztlich, das ist jetzt nicht das, was ich sage, aber inhaltlich ist es natürlich das, ich gehe weiter durch diese Welt, die ich schon beschrieben habe. Also ich gehe runter, gehe rauf und es ist in keinster Form eine Wiederholung, sondern es ist spektakulär. Wir sind wirklich entlang den, wie hießen die? Die hießen Geißlerspitzen, glaube ich. Ja, die Geißlerspitzen, also eine Gebirgsgruppe, auch in den Dolomiten halt, Wangen laufen von Villeneuve nach Gröden, also wirklich unten wieder an diesen ewig langen, an diesen wunderschönen Gebirgshängen entlang und waren dann irgendwann später und auch mal, witzigerweise, ganz kurz, ich hatte dann so einen Anstieg wieder durch so einen Wald und dann war oben die Hütte, Belohnungsprinzip. Und das war echt schon so, also wir sind heute Morgen früh losgegangen und es waren dann so dreieinhalb Stunden so erste Etappe. Jochen greift sich während, der spricht dann seinen Oberschenkel. Ja, und der ist mächtig. Nee, auf jeden Fall gehe ich da hoch und schleppe mich, also man kann ja immer genauso lang, wie man da glaubt, wie es ist, so irgendwie und dann war ich wirklich, also ich habe geschwitzt, mir war warm, es war anstrengend so und das war der dritte Tag und irgendwann tun die Füße auch weh. Und das eine der ätzendsten Sachen, die auf Wanderung passieren können, ist, wenn die Hütte kommt und die Hütte hat geschlossen, Alter. Ja, Information ist halt alles, ne? Ja, aber Information ist auch so, die haben dann wohl angeht, also Leute, die da auch waren, die haben wohl irgendwo an einer der Routen die ganz kleine Schildgänge, die sind wohl zu. Und das reicht dann halt. War dann nicht so schlimm, die nächste Hütte war zwei Stunden weg, da sind wir aber weitergelaufen und haben die ganze Etappe sozusagen vom Mittagessen gemacht und haben dann, wurden aber natürlich nochmal belohnt mit so einem grandiosen Blick, gerade als wir nach Gröden reinkamen, also wirklich auf eine, also das war wirklich krass, weil da war halt diese Geißlerspitzenreihe, also wirklich lange Gebirgskette, dann hab ich irgendwann die Seißer Alm von oben gesehen, das ist eine ganz berühmte Alm. Ah, ja, ja. Auf der ich letztes Jahr drauf und das ist das mit dem Perspektivwechsel. Auf einmal sagst du so, Alter, was ist das denn? Ja, das ist die Geißer Alm. Ich so, das macht keinen Scheiß. Da war ich letztes Jahr drauf. Ja, da fährst du durch. Ich so, Alter, das erkenne ich. Und dann erschließen sich so, wenn sich so ein Gebiet erschließt, egal, was mich letztlich auf den letzten Metern oder die letzten Kilometern oder die letzten Megakilometern irgendwie zu folgenden Gedanken gebracht hat, mit dem ich sozusagen beschließen möchte diese Wanderung. Was bringt uns Wandern? Und da muss man jetzt gar nicht eine lange philosophische abhängen, aber was bringt dir Wandern? Hast du da irgendwas, hast du heute mal drüber nachgedacht oder die letzten Tage so? Ich bin raus und das habe ich vor allem auf die Spitze getrieben, mit dem kein Netz haben. Ich bin raus aus allem. Ich bewege mich. Ich habe immer ein gutes Gefühl. Ich habe immer dieses, auch wenn es, was du sagst, dieses Wehtun. Ich habe abends ein Glücksgefühl nach dem Wandern, was so in der Form halt selten ist. Also man hat was getan. Du spürst deinen ganzen Körper, aber der Körper sagt dir, ja, das, was du da gemacht hast, Junge, das ist irgendwie ganz gut. Und mir macht es tatsächlich dadurch, dass ich in Bewegung bin, ich bin die ganze Zeit am Gucken, drumherum verändert sich immer alles Mögliche, kriege ich eine Kopffreiheit, die ich bei fast allen anderen körperlichen Betätigungen in so einer angenehmen Art und Weise nicht habe. Weil es ist ja nicht so, dass du so einen krassen Sport machst, wo du überhaupt gar nicht mehr denken kannst, sondern ich habe so einen schönen Tag, wo so Momente gibt der Stille, wo du einfach läufst und wo dir vielleicht irgendwie im Kopf irgendeine Depots aufgehen, dass du wieder an irgendwas denkst oder du siehst irgendwas, du riechst irgendwas. Ich hatte zum Beispiel einen Moment, da dachte ich, was ist das denn? Und gehe mit der Nase ran und rieche Thymian. Und es war wilder Thymian. Dann habe ich so ein Ding genommen und habe es so in den Fingern vorne, habe es in die Nase gehalten und schon gingen mir in meinem Kopf irgendwie Geschichten über, die ich mit Leuten erlebt habe, wo ich irgendwie Spaghetti Bolognese selbst gemacht habe. Oder es klingt jetzt so ein bisschen verrückt. Aber es ist diese Luftschlösser, also diese Luftschlösser bauen plus dieses körperliche Gefühl, dieses Wohl tun, da abends da zu sitzen und auf eine angenehme Art völlig fertig zu sein und dann zu schlafen wie ein Baby. Deshalb braucht man kein 5000 Euro Boxspringbett in den Hütten, weil du schläfst einfach. Weil du müde bist. Du bist auf eine sehr angenehme Weise müde und fertig. Das war, sag mal, jetzt mal gröber, wir können eine ganze Stunde, glaube ich, über die Philosophie des Wanders reden, aber wir wollen ja so einen Mix draus machen. Das war für mich wieder die Erkenntnis, einfach ein Glücksgefühl auf einer breiten Ebene. Ja, und das Interessante ist, es gibt so Sprichworte, die sind alt und die wirken abgedroschen, aber die stimmen. Und das eine wäre zum Beispiel dieses, du weißt, was du getan hast. Das hat jeden Abend jemand gesagt, und wie geht's? Da hab ich so ein bisschen gejammert, aber du weißt, was du getan hast. Das fasst es gut zusammen. Oder halt, der Weg ist das Ziel, ist fürchterlich abgedroschen. Aber es ist so. Also dieses Herr-der-Ringe-Ding. Also jetzt nicht nur, ich sag jetzt nicht, dass ich einen Ring nach Herrn Mordor in so einen Vulkan geworfen habe, ich sag nur einfach, meine große Frage bei Herr-der-Ringe war ja als die Vögel, die am Ende abgeholt haben und die nach Hause geflogen haben. Wieso kam die nicht vorher? Warum haben die die da nicht hingeflogen? Martin hat sich eine halbe Stunde totgelacht, als ich ihm das erzähle. Man hat ja auch Zeit, sich zu unterhalten. Und dann bleibt es bei diesem Ding, was der Johannes gesagt hat, einer der ersten Almen, auf denen ich war. Der Weg, den wir gehen, ist schön, aber er ist nicht der einfachste. Und der Weg ist das Ziel und das Jetzt und so. Wenn du aufhörst zu warten, wenn du aufhörst, etwas daraus zu machen, dass du drei Tage wandernst, um eine Sache zu sehen, sondern den Weg halt nimmst, was einem Südtirol leicht macht, weil es auch schön ist auf dem Weg, dann kommst du in den Rhythmus rein, der dir sagt, fast alle Herausforderungen, die großen, die wir haben, sei es jetzt irgendwann mal eine Pandemie, die es angeblich mal irgendwann mal gegeben haben sollte in unserer Lebenszeit. Ja, war da mal. Dauerlauf. Jede große Krise, die du hast, ist meistens kein Sprint. Sie fängt vielleicht manchmal mit einem Sprint an oder mit einem Fall, aber es ist ein Dauerlauf. Und das ist so dieses Ding. Und der Weg und das Jetzt und das Ziel und daraus dann das Schöne zu ziehen, du kannst nicht nur warten, bis du in 40 Jahren als Banker so viel Kohle gemacht hast, dass du dir ein See und ein Haus dazu kaufst. Was ist, wenn du das dann scheiße findest? Was ist, wenn dir vorher was passiert? Es funktioniert. Also meine Ansicht, das ist jetzt nur meine Ansicht. Und ich bin natürlich ein bisschen drauf, weil ich jetzt drei Tage wandern war. Aber das hat mir wandern gebracht. Und letztlich kommen wir an der letzten Hütte an. Ich trinke dreieinhalb wieder Holundersaft. Wir fahren runter an ein Dorf, das heißt St. Ulrich. Witzigerweise wurde der Martin da geboren und lebt da auch noch. Kurzer Tipp, St. Ulrich ist ein wunderschönes, kleines, malerisches Dorf. Nicht so touristisch. Fahrt gerne mal hin. Kirche, Dorfplatz, kleines Museum. Wundervoll. Ich war wieder unten in der Welt und bin jetzt zu dir nach Bozen gekommen. Das war meine Wandertour. Und jetzt sitzen wir hier. Und was mir gerade noch eingefallen ist, um noch kurz vor der Schokolade, das ist das Philosophische, was mir klar wurde beim Wanderer. Weil manchmal, ich finde ja, wenn man ganz raus ist, ploppen einem ja immer wieder neue Ideen auf. Also gerade, wenn du kein Netz hast und nicht auf Instagram und so geguckt hast, mal für 24 Stunden und hin und her, ist der Kopf ja auch von dem frei. Die Festplatte war freier. Und ich habe halt gemerkt und vielleicht kann man das aufs ganze Leben auch so ein bisschen oder Teile des Lebens so ein bisschen übersetzen. Am Ende der Tage, am Ende der Wanderung, wenn es so ein bisschen hart wird bei den Muskeln und du denkst, oh Gott, jetzt noch eine Stunde. Was mir geholfen hat, ich habe mich nur noch auf den nächsten Schritt konzentriert. Ja, genau. Also nicht daran denken, ich muss jetzt noch 20 Schritte machen, sondern okay, der Berg ist hoch, aber ich gucke jetzt nicht nach oben, sondern ich gucke auf meine Wanderstiefel und dass ich den nächsten Schritt mache. Den nächsten kleinen Schritt und blub. Da sind wir wieder, Schritt für Schritt. Das ist so alt, es ist so abgeschaut. Manche Sachen stimmen halt dann. Man braucht manchmal einfach so ein, man muss es mitten in die Fresse rein, einfach manchmal nochmal kriegen und das ist ja, wie das ganze Leben ja auch und jetzt wird es aber richtig Küchenpsychologie. Es sind ja immer wieder Wiederholungen, die man erlebt. Es wiederholen sich immer wieder Dinge, zwar auf andere Art und Weise und deshalb muss man sich auch immer wieder daran erinnern und das Wandern hat mich wieder daran erinnert und deshalb nehme ich da viel, viel mit auch wieder aus diesen letzten Tagen. So, bevor es zu deep wird und ich noch Tränen in den Augen habe, dass da die Tafelschokolade kommt. Wir essen das Spiel. Soll ich während ich auspacke und noch kurz was von GeoSaison erzählen, dass das neue Heft draußen ist? Ja, stimmt. GeoSaison, unsere Freundinnen und Freunde, bei denen wir ja unsere Kolumne haben auf der letzten Seite. Letzte Seite, ja. Da schreiben wir ja immer lustige Anekdoten, die leicht pointiert sind und in Textformen. Schaut gerne mal rein, wenn ihr wollt. Haben ein tolles neues Heft draußen. Ihr wisst, was wir von GeoSaison halten. Sie sind von der Philosophie genauso wie wir. Sie lieben das Reisen und bringen es halt in Magazinporn auf den Punkt, was uns sehr glücklich macht, dort mitwirken zu können, weil wir ja beide auch gerne schreiben und auch beide schon Bücher veröffentlicht haben. Und die Bildgewalt, die wir hier in Worte fassen, was ich finde, was uns inzwischen ganz gut gelingt, die nutzen die da ganz profan mit ihren Bildern. Die aber allerdings auch zu den Besten der Welt gehören. Checkt gern das neue GeoSaison-Kraft ab. Wir sind auf der letzten Seite. Der Rest ist auch ganz passabel, nur um es erwähnt zu haben. Gruß nach Hamburg zu GeoSaison. So, jetzt beiß mal da rein. Du kriegst überhaupt nichts ab. Ich will so eine Rippe, Alter. Und? Der René kann es, ne? Ich habe auch gedacht so. Jetzt wollte mir das, was er seit einer Minute der Hand hat. Weißt du, wir sind hier bei 30 Grad. Weil es schon ein Stück ab war. Dieses angeschnitten, schwitzte und schon. Ich mache mir selbst so ein Stück ab. Alter. Das ist natürlich auch noch. Die ist einfach super. Ich wollte jetzt sagen, nach drei Tagen Verzicht kommt das noch. Geiler, wir haben ja nicht wirklich verzichtet. Aber so auf Schokolade habe ich tatsächlich verzichtet. Ich habe auch keine gegessen. Das ist geil. Was ich aber gesehen habe, so ganz viele Wanderer. Aber ich hatte ja meinen Rucksack schon gepackt und hatte es natürlich nicht dabei. Ich hatte so Müslügel dabei, die ich nicht angefasst habe. Genau so wie ich, ja. Nicht einmal ein Müslügel angefasst, weil wir alle zwei, drei Stunden an so einer Hütte waren, wo man sich irgendwas reinballert. Übrigens, packt leicht, Leute. Kleiner Stil zu durch. Einfach nur leicht packen. Nimmt einfach weniger mit, als ihr denkt, bitte. Den größten Muskelkater hatte ich tatsächlich oben in den Schultern, nicht in den Beinen, muss ich sagen, weil mein Rucksack zu schwer war. Also es macht schon Sinn, sich da ein bisschen zu informieren. Was ich sagen wollte, ganz viele Wanderer haben und hatten Brötchen dabei und haben sich da Schokolade reingesteckt und ist dann gegessen. Aber was? Der Martin hat immer nur Schokolade gegessen. Moxa-Stück. Ohne Brötchen. Ja, der ist ja einfach proton und tal. Aber der ist extrem kleinerer. Das heißt, der Typ, alle Berge, die sind da, ist der rückwärts praktisch sieben Mal schon hochgegangen, an der steilen Wand. Und der hat so einen Energieverbau. Der ist so ein wahnsinniges Tier, dass der halt natürlich nur reinfährt. Und der ist natürlich auch noch 20 Jahre junger, der kann essen, was er will. Leute, wir essen jetzt diese Tafel Schokolade fertig. Ja, genau. Wir hören jetzt auf. Noch als Tipp. Es macht und ergibt Sinn, wenn man so eine Wandertour hat. Also gerade, wenn man so sagt, der Meraner Höhenweg, fünf bis acht Tage, I go for it. Google das alles durch. Es gibt ganz viele tolle Wanderforen mit ganz vielen Tipps und Tricks. Das haben wir jetzt weggelassen, weil das muss jeder individuell für sich dann gestalten und rausfinden, was er braucht. Ob er jetzt, wie ich, einen Flipflops da entlangläuft oder ob man, wie der Jochen sich schon beim ADAC den Heli schon bestellt, dass der immer unten auf dem Parkplatz schon bereitsteht. Also es gibt ja alle möglichen Level des Wanderns und es gibt ganz viele verschiedene Wanderwege in Südtirol. Zwei haben wir jetzt für euch mal ein bisschen angetestet. Genau. Sucht sie euch einfach zusammen im Netz. Es gibt ganz tolle Leute, die da etwas professioneller sind als wir. Wenn ihr aber jetzt nicht so die Profis seid und, keine Ahnung, nachmittags manchmal am Mount Everest vorbeiläuft, dann informiert euch vor, sucht euch was zusammen. Ich kann nur sagen, man braucht so, jetzt mal so für einen Geldbeutel, man braucht wahrscheinlich abends eine gute Jacke, dass die richtig warm ist, also richtig was Warmes abends. Man braucht das für den Regen, aber es muss nicht das High-End-Zeug sein. Also man muss sich nicht für 1.000 Euro, wenn man zwei Tage im Iraner Hohenweg geht, irgendwie, keine Ahnung, die Jacke kaufen, die gleichzeitig auch irgendwie kühlt und eine Klimalage drin ist oder sowas. Das gibt es hier alles. Informiert euch und vor allem traut es euch, macht es, legt los und habt viel Spaß dabei. Der Weg ist das Ziel, ist tatsächlich die Message. Ja, das war es jetzt von uns. Checkt unsere Social-Media-Kanäle, da posten wir noch ein paar Fotos. Das waren wirklich spektakuläre Bilder, die wir auch machen konnten und Videos. Checkt auch in unseren Story-Highlights bei Instagram, da haben wir schon während unserer Tour ganz viele Sachen gepostet, die stelle ich da nochmal zusammen und auf Facebook natürlich auch. Wenn ihr uns hört, gebt uns gerne Sterne, bei iTunes, was auch immer, bei Spotify, YouTube gibt es auch. Guckt auf unseren Blog, da sind auch mehr Bilder. Jetzt aber genug von uns. Gute Reise, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht, Michael. Es war wirklich schön, dich wiederzusehen, dass ich das mal sagen würde. Gruß aus Bozen sozusagen, wo wir gerade sind, Gruß aus Südtirol. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis bald. Auf Wiedersehen. Willst du die ganze Schokolade essen? Ich habe es dir ja geschenkt, Wiederholen ist gestohlen und so, aber... Willst du das jetzt wiederhaben? Nee, ich habe nur gefragt, ob ich noch so ein... Ja, ja, ja. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo, du da. Bist du interessiert an ultra-deepen Männergesprächen? Äh, was ist das denn? Bitte. Ey, das soll unsere Promo werden für unseren Podcast. Oh. Hallo, wir sind's, die besten Freundinnen und wir unterhalten uns, also wir zwei beste Freundinnen oder Freunde besser gesagt, als ob keiner zuhört. Also, ihr habt die Möglichkeit, bei uns Männergespräche hautnah mitzuerleben. Wie denken Männer wirklich, wenn eigentlich keiner zuhört? Weil wir sind anonym, darum fühlt es sich so an für uns, als ob keiner zuhört. Und wir schlüsseln Themen auf, die, ich denke, viele Menschen beschäftigen. Zum Beispiel, wie geht man mit bindungsängstlichen Männern um, die man sehr, sehr gut in Berlin finden kann. Zum Beispiel oder in anderen deutschen Großstädten, aber auch ein paar auf dem Land. Gibt es wirklich Freundschaft zwischen Mann und Frau? Max, gibt's das? Nein, gibt's nicht. Ich sage, es gibt es. Und warum? Auch das in unserem Podcast. Und warum manchen Männern der Lachs abschmiert? Ob das überhaupt was mit der Frau zu tun hat oder nicht. Wenn ihr schon lange nicht mehr enttäuscht worden seid, dann hört uns, die besten Freundinnen. Euer neuer Podcast. Viel Spaß dabei.